Affelemoleykum Cousins Cousin Arena Ja Was heißt Maschine? Es ist stark, war stark, wird stark sein Nur nicht mehr so stark wie zu Klassikzeiten Aber Arena ist ja was anderes Schön mit Dings Mit Waffenschmied als Beruf Mit dem Zweihandkolben Mit dem Mace Dunn Alter Und so ging es schon ab Witzige Arena Ich sag nicht, will ich hier Und Costa, vielen lieben Dank für den gifte Zapp An Big Nitro Nitro Mit Nitro Mit Nitroglycerin Mit Zewa Mensch, Paladin Hila war ne geile Zeit Ja, das war echt Das kannst du mit damals heute gar nicht mehr vergleichen Boah, ich bin mir nicht Darf da nicht dran denken, ehrlich nicht So soll meine Pommes gehen, Chat Wollt ihr schlafen? Oh, ich muss Spine rumstellen Ich lebe gerade schon in Schamane nebenbei Ich hoffe, dass ihr alle auf Gehenna zockt Glaubt mir, deutsche Server, deutsche Community Könnt ihr knicken im WoW Niemals auf einem deutschen Server spielen Ich hab einmal den Fehler gemacht Das mach ich nie wieder Hallo Peter Klause Hihi Und hallo Geh weg Schauspieler, geh weg Hihi Den Stein hast du nur wegen mir Ehe nicht, Junge Jetzt zu Nee, ich bin nur Third Strike Aber das 912 Rallye Nee, darum geht's nicht Es geht um die Allgemein, die Community Die Deutschen sind immer so Ah, da ist jetzt ein Schwert gedroppt Das Das trau ich unbedingt Ich will das unbedingt haben Sonst verlassen sich die Gilde Ihr könnt nicht die Perchbrot So sind die Gönnen einem nichts Haben keinen Spaß Oh, Pinsl hat sich um unsere Autos gekümmert Anscheinend Promotest du unseren Clash of Clans-Clan noch? Wie heißt denn der? So schlimm sind sie nicht in Classic Doch sind sie Das ist Noch schlimmer als auf Retailer Ich hab Classic gezockt Glaub mir Ich war mit Prey In Prey seiner Gilde Das war absolut der größte Horror In jeder Gilde, wo ich vorher drin war War das genauso Das sind Internationales besser Außerdem lernt man dann Auch mal andere Fremdsprachen Einfach nur Junkie-Park Sind ein aufstrebender Clan Unter der Führung von Unke Sagst du eigentlich noch geht was weit? Nee, nicht mehr so viel Weil kein Zeit, Bruder Woher nehmen? Was machen? Ja, Dr. Marty sagt ja nicht, dass alle deutsche Spieler so sind Aber Das ist meine Erfahrung halt Und das werde ich halt nie wieder machen Biggie, Fünfter Sonst, was uns vergisst denn Was ist denn der Art Wurst? Ist Baby schon in der Woche? Ja? Na, du geile Sau Na, ich bin mit ihm Ich würde gerade Sport machen Und erzähl ein bisschen von mir selber Warum wundert mich das nicht, dass du schon wieder Sport machst? Pass auf, pass auf Pass auf, okay? Ja, pack auf Okay Ja gut, so warte, warte, warte Jetzt werde ich Schluss hier mit Lustig Kein Sport mehr Es ist Miss Drinky's Mords The one and only Der Ninja Supergen Schnell wie nie Sie sieht die Schuld an deinen Nasenhahn Nichts kann man vor sie verheimlichen All ihre Stunts macht sie selber Ja Ein Schauspieltalent Sondergleichens Es ist Trinky motherfucking smart Was ist mit dir? Und sie muss nicht mal Schauspiel Nein, nein Denn sie ist wirklich ein Superagent Ja, ja Menschen müssen aufpassen Tiere müssen aufpassen Ja, nicht mal Tankstellen sind von Miss Drinky's Mords sicher Wenn sie erstmal schüttelt und den Boden auflockert Ja, dann box sie dich weg in ein anderes Universum Es ist Miss Drinky's Mords The fucking one and only Hast du getrunken? It's me Oh mein Gott Die dürfen nie so lange, nicht so lange drin bleiben Das dauert dann immer komplett aus Das ist mir alles gerade beim Sport machen eingefallen Und war das jetzt ein Rap oder eine Ansage? Nee, das war eine krasse Ansage An jeden An Gangster An Kriminelle An Jeden An Tankstellen Hast du nur mal gesagt, du bist Trinky, was? Trinky motherfucking smart Trinky motherfucking smart Nein, ich bin viel krasser Ich bin ein Puma Ich bin ein fucking Puma Ach, ich hab nicht Puma, sondern Boomer verstanden Nein, Puma Da muss ich jetzt nur kurz nachrichten Ich hab dir das sagen Ich bin der fucking Chef hier In Los Santos Bis fucking Trinky smart So, ja The one and only Du bist gut drauf, ne? Ich bin bereit, die Stadt zu wicken Ich bin bereit, die Stadt zu ficken Oh ja Es gibt nur eine, die diesen Job erledigen kann Und das ist Trinky smart Will dir denn geholfen? Peanut smart Bist du bereit dafür? Wofür? 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 Aber erst mal muss Mutter shoppen Was hast du vor? Na shoppen Ja Aber nicht die Stadt ficken Ja Nee Also schon Aber nicht so Du bist Schwein Du sagst zu mir Ich bin ein Schwein Ja Du bist das Schwein Na komm Oh mein Gott Das tut uns nicht gut Wenn wir drei Tage auf der Couch liegen Ich würde am liebsten schon wieder schlafen gehen Meine Energiepensum ist verschwendet Ist weg Meine Batterie ist schon wieder her Und ich habe gerade mal angefangen Genau dafür habe ich Angst, Trinky Genau dafür habe ich Angst Aber er ist nicht der Einzige, der Angst haben sollte Haltet euch fest, ihr schwer kriminell Hier kommt Wingy's Mord Oh ja, ich bin bereit für meine eigene TV-Show Bist du jetzt so ein Superheld oder was? Ein Superagent, so wie Naruto Wer ist denn Naruto? So ein Ninja Pass auf Das ist aber ein Mischende Paster Schatten, Doppelgänger Nein, du fährst heute Ich fahre heute? Wem gehört denn die Klange der Polne? Welche? Ja, das ist alte, alte Mobil hier Wahrscheinlich dem alten, oder? Dem Willi Ja, entweder dem oder dem Biggie Und seiner Frau Oder wohnt hier jetzt noch jemand? Keine Ahnung, vielleicht hat der Pinselein angeschleppt Aber Pinsels Auto steht hier gar nicht Das heißt, er ist nicht nach Hause gekommen Der braucht auch gar nicht nach Hause kommen Ich hasse den Der ist nicht mehr mein Freund Nix, ja, ja Ich mein's ernst Der hat mich stehen lassen Stehen lassen für einen Superstar und die Toasty Der hat mich einfach stehen lassen Und hat nix gemacht Warte, was ist denn das Schisch? Ja wie, ich dachte, du warst schon bei dem Ne, ich hab den noch nicht gefühlt Ja, dann mach Ruhe, Timon Ne, guck doch, der liegt da, der schläft Okay, dann können wir mal später anlegen Auf dem Rücken liegt der oben an der Wasseroberfläche Ja, verstehe Ja, ich mein das ernst mit dem Pinseln, ne? Hast du gut geschlafen? Ich hab gut geschlafen Ja, schön Ich hab auf dem Boden gepennt Auf dem Boden? Ja, weil du mich wieder aus dem Bett getreten hast Ach, das passiert, du weißt Ich mein das ernst mit dem Pinseln, ne? Ach, das wird schon noch geklärt Wir werden erst mal ein diplomatisches Gespräch mit ihm führen Der hat mich im Stich gelassen und stehen gelassen Für einen OG Toasty Und OG Toasty hat gesagt, ich bin immer gemein Du bist ja auch oft gemein Bin ich gar nicht Bin immer lieb und zuvorkommt Oder wer hat dir den Popo eingecremt? Ja, aber das war ja auch nötig Sonst wären wir beide nicht mehr glücklich geworden Tiki, hör auf zu saufen Ich sauf doch gar nicht Ja doch Guck mal, was du gemacht hast jetzt Das ist doch klar, dass die nicht kommt Guck, die interessiert den Scheiß, Junge Du sollst gucken, was du gemacht hast Das interessiert mich doch nicht Das ganze Auto ist kaputt hinten Ja, aber es parkt ja auch so dumm Du hast dumm geparkt Ich hab nicht dumm geparkt Soll ich mich auch umziehen? Ja, die hab ich geparkt Ja, klar Soll ich mal heute n bisschen schick durch Was machst du? Na, du sollst dich schick machen N Speckbeckchen Ja, ich komme von Channy Karton Oh, die grüne Hose Oh, Halterstiefel Oh, das sieht gut aus Ja, schon nicht Wie findest du meine Hose? Wunderschön Heute ist warm, ich zieh Flipflops an Flipflops Und mein Hemd Ja Ach, das gefällt dir doch, du Luder Ja Kriegst du es fällig, dich umzuziehen? Boah, kannst du die Klappe halten, bitte? Danke Warum machen wir uns überhaupt schick? Na, weiß ich nicht Ja, ha, ha, juicy Oh Hm Oh ja Zwei Minuten, halt dich, Twinkie Hier ist nur umkleidende, Ries Schweinchen Schweinchen Ja, ja Biggie, halte mich angerufen Schuf du mal zurück Ja, mach das bitte Geht nicht dran Und für den Honig die Nummer hab ich nicht Willi hat angerufen vor ein paar Tagen. Ich habe die T-Rex. Ach, du warst ja dabei, ne? Die T-Rex sind jetzt eine Freundin von uns. Ach so, die... Ich weiß nicht, ob das unbedingt Freunde sind. Doch die haben mich aufgenommen, als ich keine Freunde mehr hatte. Die waren für mich gar ein schweren Feinden. Weißt du, wenn ich jenen als Freund betiteln würde, der mich aufnehmen würde? Was dann? Die halbe Welt aber mittlerweile, mein Freund. Dieser Kurven kann doch niemand mehr widerstehen. Was meinst du damit? Na, dass ich ne geile Sau bin. Das stimmt. Ja oder nicht? Ja voll. Ja. Aber volle Möhre. Eigentlich müsste der Helm mir ein Bad geben. Oh, das ist okay. Ja gut, dann das ist das, ne? Das wär's dann auch mal. Was? Das T-Shirt willst du anziehen? Ja. Auf den Schuhen? Ja. Ja wie? Da musst du aber nur mal deinen, wir müssen aber zur Friseur. Ja. Oh, hast du nen gelben Schlüssel heute an? Wie, der ist gelb? Ja. Ja ja, der war gelb. Geile Sau. Ich dachte, ich hätte den weißen genommen. Naja, bei dir weiß man ja nie, ob der gelbbraun oder weiß ist. Ja, ich hab's wohl nicht so mit Farben. Ich will meine Haare schneiden. Deine Haare schneiden. Okay. Wo können wir denn hier jetzt fix mal Haare schneiden? Ja bei uns, warum für so links? Oh, nicht durchs Kett. Pass auf. Wir knallen uns ab, wenn wir die falschen Farben tragen. Ich hab alle Farben. Deshalb ja. Oh mein Gott. Was ist das? Da war der Sheriff. Wo? Du wärst dann fast reingefahren. Ich hab nie gesehen. Hat Onkel Dieter sich eigentlich gemeldet wegen unserer Security-Detektiv-Datei? Ich hab absolut keine Ahnung. Du solltest den doch nochmal anrufen. Hab ich vergessen. Ja, vergessen. Ja, hab ich auch vergessen. Ja. Ich muss mich nicht anmeckern dafür. Ich weiß gar nicht mehr, was ich an den Abend getan hab. Hallo Emelika. Geht's gut? Der sieht so gut aus. Leuchtet dann dunkel? Ja. 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 Können Sie mir einmal Glatze machen, bitte? Danke. Danke. Er hat sich super gut. Boah, du bist ein heißer Fegel, ne? Oh ja. Das bin ich. Wenn du mir fremd gehst, dann weine ich. Aber tu ich nicht. Doch. Nein, tust du nicht. Du umschlägst die Scheibe ein. Ich mach das nicht so. Aber... Du bekommst übrigens noch Gehalt. Oh ja. Ja. Stimmt. Nee, gar nicht. Willi hat mir das schon gegeben. Nein, Willi hat mir das schon gegeben. Ach so. Ja, dann. Ja, rüber damit. Ich weiß nur nicht mehr, wie viel es war. Ich glaub 9000 Dollar. 9000 Dollar? Weißt du, wie viel Trink hätte ich bekommen hab? Oder was? 20? Muss ich Willi fragen. Weil es würde sich mehr lohnen, wenn wir Privattaxi fahren würden. Aber dann ruft uns keiner an, weil wir haben keine Leitstelle. Sollen wir arbeiten gehen? Ja, okay. Sonst Engel. Ich glaub, Hasepeter kündigt uns sonst Engel. Ich hab mich nie geweigert, arbeiten zu gehen, ne? Ich auch nicht. Und ob? Nö, zu zweit ist in Ordnung, zu dritt ist aber langweilig dann. Dann langweilt sich immer einer. Ja. Aber da der Pinsel jetzt nicht mehr mein Freund ist. Ich hör schon mit dem Sheriff Serena. Also... Das ist alles schlecht. Oh... Ist alles schlecht. Schoko-Dunnel ist aber nur gut. Alles schlecht. Ich hab's einfach wo's ein Fenster geworfen. Ja, wie du so. Oh mein Gott. Drinky? Aber mein Taxomat geht nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, fährst du. Lass uns erst mal gucken, stimmt jedenfalls die Leitstelle. Ich ruf mal einen Leitsteller an. Au, aua! Bist du besoffen? Nein. Was machst du? Ich ruf kurz Leitsteller an. Oh, Mordor. Geht keiner dran. Hallo Jennifer? Hallo? Ja? Twinkle und ich machen arbeiten. Ja, schön. Hast du Bock, die Leitstelle zu nehmen? Ja, okay. Jetzt sofort. Jo. Ja, okay. Gehst du einen Feierabend dann? Ähm, ich bin noch ein ganz bisschen da. Vielleicht so eine halbe Stunde oder so. Okay, dann nimm ich das. Ja. Du schaffst das schon, ja? Okay. Okay, tschüss. Bye, have a beautiful time. Willst du, ich fahr, du übernimmst die Leitstelle, Twinkie? Ja, alles klar. Ich glaub, die gibt dir jetzt frei, musst du auf dein Handy gucken. Ja. Bevor der Holländer kommt. Hartmut! Ja, hab sie. Okay. Ich bin noch ein Dank. Ich bin noch ein Dank. Wir sind jetzt seit 6 Monaten, Stufe 2. Aber... Ich sag sie, wollen wir fahren. Wir nehmen Cap-03, okay? Cap-03. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, jetzt reicht es. Ich hol dich, ich komm nicht ver... Oh mein Gott. Oh, eieieieieieiei. Nur ist doch gut. Also nur drei. Ja, nur drei. Ich hol das Taxi im Falle nach vorne. Komm's nach vorne raus. Oh, das Grächenbärchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mann! Wo ist mein Taxi? Hundertprozentig eh nicht getankt. Doch. Wo ist... Mein Taxi mit dem Felgen. Mein Taxi mit dem Felgen. Mann! Ah. Nichts. True-lock nicht sagen mir. Nicht machen. Ich bin Böser. Ja Knizker. Ey, grabst du meinen Torte an? hast du meinen pudingteilchen an den pudingteilchen hatte ich nicht vor was mit euch und was mit euch und ronnie erzählt ihr habt streit pinsel ist nicht mehr mein freund hat mich stehen lassen jeder hatte ich stehen superstar die bei hinterher geranden statt mit seinem besten freund sachen zu unternehmen und superstar ja und die tausende den superstar rapper so dummes arschloch ist das ja da wäre ich auch so wir fangen tag der müssen geld verdienen ich dir noch gehalt kann er aber kannst du mir sagen wie viel twinkie gehalt bekommen hat weil willi hat mir das letztens gegeben ich weiß nur nicht mehr die summe von wann weißt du von wann es war letzte woche freitag warte kurz 10.865 ok da hast du gehört du bekommst 9000 dollar twinkie wie viel denn 10.000 was war das 865 865 ok 11.000 dann 865 ja gut ja gut ja gut ja geht was durch wenn du was hast ja mag ich hast du auch ja ok ok viel spaß tschüss ja gut oh je oh je oh doch okay viel besser was denn ich weiß nicht hast du Ich habe das Gefühl, wenn eine Chef da ist, geht es mir einfach nicht gut. Als wäre ich von einer anderen Welt, in einer anderen Welt. Kika ruft an. Ja? Komm zurück, ich habe vergessen. Was denn? Ich musste ja wegschauen. Ach so. Ja. Da muss ich zweimal hin, vielleicht noch dreimal. Was ist denn eigentlich das Taxi mit den Felgen, was wir bekommen haben? Welches? Als wir hier angefangen haben zu arbeiten, hat der Hase-Peter uns irgendwann erlaubt, ein Taxi da auf Felgen zu machen. War das nicht die 04? Ich weiß nicht, welches das war. Aber 01 fehlt, 02 fehlt, glaube ich. Nicht den genutzt, den Schimmer. Was? Ich habe keine Ahnung, heißt das. Aber das muss doch irgendwo sein. Ich glaube, das ist die 04. Irgendwann müssen wir immer mit der Krücke rumfallen. Ich beschwere mich bei der Be-Werkschaft-Dingst. Gewerkschaft! Bei der Gewerkschaft? Ja. Wo musst du zur Werkstatt, ne? Ja. Was ist mir jetzt schon wieder los? Ja, Taxi. Was kann ich für sie tun? Ja, wohin? Festhalten! Festhalten! Ähm, ist das da bei so einer Tankstelle, oder wo? Ich habe Vorwort. Ja, genau. Festhalten! Der Auto! Ja, super. Okay, wir bringen noch eben den Chef weg. Und dann sind wir da auch. Alles klar, bis dann. Ciao. Ähm, nö. Jetzt geht es aber los hier. Ja, ja, eine Fahrt! Ey, du Assi, das waren wir in der Hose am Limo. Weil ich noch was nachschauen muss. Ja, einfach so weggefahren. Ja, 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 ja. Ich komme dann eben gleich hochgefahren zum Taxi. Dann kann ich das hier, wenn wir gleich abreden. Ja, okay. Jetzt sieht man doch. Hallo? Wir strahlen voll. Ja, aber ich weiß nur, dass wir das nicht. Okay, ja, das ist klar. Dann beim nächsten Mal. Ich bin auch Limobeauftragte. Okay, viel Spaß. Tschüss, Chef. So, meine fünf Minuten. Tschüss. Was denn? Warte doch. Oh mein Gott, da ist ein Kunde in der Southside-Apotheke. Ja, ich hole den weg ab. Danke dir. Alles klar, kommt sofort, jemand. Ja. Tschüsschen. Zwei Minuten am Arbeiten, schon wieder stressig. Wo müssen wir hin, Twinkie? Ähm, West Highway. Okay, und wo da? Ja, bei der ersten Aus-Einfahrt von so einer Wohngegend. Ungefähr ein bis einen halben Kilometer weg von dem Tattoo-Studio. Tattoo-Studio? Tattoo-Studio, mein Gott, ja. Komm, geh dein Essen mit einem... Darf ich nicht auch mal lustig sein? Ja, ich weiß genau. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe, wegen dem Schneebesen. Aber was würde ich damit essen? Dein Joghurt. Man kann doch Joghurt mit Schneebesen essen. Kann man nicht. Kann man wohl. Hallo, Topsi. Kann man wohl. Mal sein. Ja, wohin. Und du hast ja wieder richtig gute Laune. Oh, halt's, Maul. So, wohin. Nee, nicht sie. Wohin. Zur Verwaschestelle. Ja, okay, wir haben jetzt noch einen Kunden. Ja, sie sagten doch Verwaschestelle. Boah, ich hasse sie jetzt schon. Nee, sie gehen mir auf den Sarg. Ja, okay, super. Ja, wie? Laufen oder nicht laufen? Am Junkie-Bahn. Zur Verwaschestelle. Ja, wir haben noch einen Kunden und dann können wir schauen. Na? Okay, tschüsschen. Aber hier ist kein Tattoo-Studio. Nee, nee, weiter oben. Aber weiter unten vor dem Tattoo-Studio müssen wir. Oh Gott, schon wieder ein Anruf. Hier vielleicht? Ja, kann sein. Schau mal. Ja, hallo, hier ist Winky. Downtown Cap Taxi. Hallo, Buckley. Hi. Hast du einen Umfahr gebaut? Ja. Wo willst du hin? Bro, also ich habe jetzt gerade noch zwei Kunden. Ich kann den Chef sonst fragen, wie das mit ihm aussieht. Wo ist denn das? Ähm, in der Nähe von Weasel News. Okay, also wir könnten jetzt, also wir haben jetzt einen Kunden und danach noch einen. Der geht auch ganz fix. Und dann wären wir bei ihm. Ja, na klar. Okay, vier Kilometer. Ja, Subi, bis dann. Tschüsschen. Und da, okay. Ich dachte, unter 0,500 Mann ab, Piena. Weiß ich nicht, Bro. Jetzt, was ist denn los hier? Ja, Kika. Wo war der in der Southside-Nommer? Wo war der in der Southside-Nommer, Twinkie? Ah, Apotheke. Apotheke. Ja, an welcher? Ja, da gibt es doch, glaube ich, nur eine. Nee, da gibt es zwei. An welcher Apotheke, Twinkie? Der hat nur gesagt, dass er da in der Apotheke ist, in der Southside-Nommer. Jetzt kann ich den wieder suchen. Egal, was bescheiden, alles klar, danke dir. Tschüss. Schön wär's, Junge. Komm mal, Bart, lebt für uns dein Auto. Ja, ich meinte, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ich bin schlechter Autofahrer, sag ich dir ehrlich. Dann musst du lernen. Ich kann nicht mal mit dem Jugeler fahren. Ich bin echt ein beschissener Krimineller, glaube ich. Oh mein Gott. Trinkgeld ist übrigens Pflicht. Ja, kriegen wir hin. Oh, große Hörte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Glück, ja. Das ist können. Festhalten, festhalten, festhalten. Dejabu. Nice. Oh oh. Jugulu. Wie macht dir das Angst? Ja, das sind immer nur Gangster-Dune. Stimmt. Dejabu. Schlechte noch dazu. Hier ist das, ne? Ja. Cool, was kriegst du von mir? Okay, ich kann grad mich zu beleidigen. Guck her. Das sind Viertel Meter, Pinky. Ja, ja. Ich weiß schon. So, lass es mich gucken. Trinkbeinchen Pfanne. Das wären für Sie dann. 1.430 Dollar. Allerdings ist es wie gesagt Trinkgeld fliegt. Okay, was ist denn ein fairer Trinkgeldbetrag? 10.000. Allerdings. Okay, machen wir 5. Oh Gott. Deine Armut kotzt mich an, Barclay. Ich bin Millionär. Ich bin Rente. Ja, dann zahle ich mich an. Ich sehe aus wie Charlie Sheen. Ja, aber du verhältst dich wie ein Hafer. Touché, bitteschön. Nichts touché. Hau rein, Alter. Hau rein, Alter. Peanut, nice Schwanz, Bro. Was geht ab? Was hast du gesagt? Leide ich dich ohne Grund. Was hast du gesagt? Nice Schwanz, Bro. Hast du einen Schwanz? Schwanz. Schwanz? Was meint der? Verdammt, nah so zählen. So. Okay, der nächste ist auch wieder ein Asozialer beim Junkie-Bug. Puh. Aber die zahlen immer gut. Ja, besser. Der Harry zahlt immer gut. It's only a game. Why have you have to be mad? 5.000 Dolls hin geht. Oh, Biggie ruft an. Hast du die Nummer von Biggie? Ja. Ruf du den mal bitte an. Aber ich bin die Leitstelle. Ich muss erreichbar sein. Ich tabu. Dann rufe ich den gleich zurück. Und denk dran jetzt bald. Ne, müssen wir nochmal fliegen und du musst du das machen für den Henry. Ja. Ich glaube, es ist morgen. Morgen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ich glaube morgen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, Taxi. Hallo. Hallo. Ah, hast du ein Taxi gerufen? Hallo. Ja. Hallo. Hast du ein Taxi gerufen? Biddy, alles klar hier. Wollen. Verwahrstelle. Ein bisschen weiter unten vom Biddy. Okay, was ist klar? Na hör mal. So nicht. Was denn? Ja, hier haben wir fast auf Karre fahren. Ach, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Wir müssen, wir haben einen Kunde. Ja, wir sind. Das sind sieben Kilometer bis zur Verwahrstelle. Glaube nicht. Doch. Mein Navigationssystem sagt sieben Kilometer. Ach, wo? Egal. KMH. Ja. Deinen sind zwei. Ich soll den Chef anrufen und bei dem ist dauerhaft besetzt, ne? Oh mein Gott. Mann, Mann, Mann. Ich. Ja. Die Klappe, dann nur asozial. Genau. Komm mal. Zum. Kick zum Kopf. Sag mal, geht's dir noch gut darin? Warum haut der sich selbst in die Sicht? Ja, fein hinaus. Aua. Mein Gott. Soll ich hier in eine Schlägerei wären, Mann, aber. Warte, willst du die Kopf fressen? Nee, bitte nicht. So. Bei Trinky wird bezahlt. Ja. Zwei Kilometer. So, das macht für sie 990 Dollar, allerdings das Trinkgeld fließt. Mach Daui. Daui. Wow. Du willst nicht Geld, nur. Hi, Pina. Ja, Vicky, mein schlanker Freund. Ja, bitte. Na, was geht? Wo bist du? Wir arbeiten, Trinky und nicht arbeiten. Ja, wir sind jetzt auf dem Arbeiten. Du hattest versucht, das anzurufen. Ja, das packt. Ich hab nichts verstanden. Ich sag, du hast versucht, das anzurufen. Ja, weil du mich gestern versucht, das anzurufen. Ja, ich wollte nur fragen, ob du da bist. Um deiner müssen wir jetzt. Okay, zum deiner oben in den Dings. Keine Ahnung, deiner. Deiner. Deiner einfach. Und du gehst jetzt mit Tani auch arbeiten? Wir gehen jetzt auch arbeiten. Du, was ist denn das für ein Auto, was versteht? Dieses, diese schwarze. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist von Willi. Das hat fast das gleiche Kennzeichen. Nur zwei Einzelner dran, wie unser Jugeloo. Dann ist der vielleicht von deiner Frau. Nee, wir haben uns schon gefragt, wie das ist. Okay, wenn wir Fahrten anrufen, wir an. Ja, nein, bis zum Ayron. Warte, warte, Wicky. Wo ist einer? Wir sehen, unterhalb vom BD ist einer. Jemand, ihr könnt jemanden abholen am BD. Bisschen unterhalb vom BD die Straße. Okay, machen wir. Okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, bei Cody. Ja, klar. Ja, dann sehen wir uns spätestens da. Bis gleich. Okay, alles gleich. Tschüss. Trinki zum deiner oben, ne? Ich denke, er hat nur deiner gesagt. Ja, aber es gibt viele deiner. Ja. Dann soll ich machen. Ich kann nicht zurückrufen. Vorarbeiten ist wohl stressig. Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Föln ist in Deinu. Vielleicht mal zu Hause geblieben. Aber wir müssen Geld verdienen. Meint ihr hier? Meint ihr hier? Oder vorne? Oder meint ihr vielleicht, dass Deiner in den USA zahlt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja doch, das heißt doch Kube Deiner oder so. Nee, das heißt nur Cube. Was heißt Tokio? Das heißt nur Cube. Nein, das heißt Cube Deiner. Echt? Ja. Ja. Okay, ja, dann fahr da einfach mal hin. Da war ich schon ein paar Mal. Ich würde festgehe, aber wir haben nie auf. Ich fahr so schnell. Warum fasst du mir am Oberschenkel? Na, warum denn nicht? Fährst du denn auch so, hattest du es noch? Also Biggie und Honey arbeiten jetzt auf. Ja. Was soll denn jetzt hier nicht essen? Ja, dann, keine Ahnung. Muss ich nochmal anrufen. Ach da. Hallo. Was geht? Ach, Tür. Was geht ab? Du hast mich angerufen. Wo darfst du hingehen? Ah, hab ich dich angerufen? Ja. Ich dachte, du hast mich angerufen. Nee, am 18.05. Hm. Wo willst du hin? Äh, Verwahrstelle bitte. Du alte Kräuterbutter. Selber. Normale Verwahrstelle? Ja. Boah, das sieht teuer, ne? Ja. Das sind 15 Kilometer. Okay. Kostet dann? Boah. Das sind 5 Kilometer, das macht 1600 Wurft. Das geht ja noch. Aber trinke, das fliegt. Bitte anschnallen. Na klar. Bitte anschnallen. Soll ich langsam fahren? Ach. Fahr wie du möchtest. Okay, fahr gescheit wie du möchtest. Okay. Empfehlen Sie uns bitte weiter. Immer. Auch wenn dein Chef kein Wort mehr mit mir spricht, glaube ich. Warum nicht? Ach, weiß ich nicht. Weil der wegen dieser Cayo-Perico-Geschichte irgendwie sauer ist. Was für eine Cayo-Perico-Geschichte? Weil der von der Security runtergeschmissen wurde? Äh, das weiß ich nicht mal. Keine Ahnung. Aber, äh. Irgendwas wegen Planung und hier und da und keine Ahnung. Weil wir die angeblich rausgedrängt hätten. Hm. Ja, Peter ist manchmal echt ein Sturkopf. Ja, ja. Soll er machen. Sag mal, arbeitest du da in dem Restaurant? Wo würde ich gerade abgeholt haben? Das ist meins, ja. Also auch meins. Und warum kann ich nie Feschkrieg kaufen? Kannst du doch. Du musst nur mal die Leitstelle anrufen. Nö, ich war schon 15 Mal da. Und nie hat der Bums auf. Ja, es ist eigentlich immer irgendjemand unterwegs. Ja, hallo? Ja. Wie soll ich sie erreichen, wenn ihr Handy die ganze Zeit besetzt ist? Okay, ich hab den Kunden jetzt aber schon dem Vicky abgegeben. Alles klar. Tschüsschen. Hey, einfach mal die Leitstelle. 4646. 4646. Ja. Okay. Und was kostet ein Feschkriebecher? Äh, 40 Dollar. Nein, warte. Äh. 80 Dollar. 80 Dollar? Ja. Das ist aber schon teuer, ne? 80 Dollar für so ein bisschen Pulverschemie. Ja, aber die ist teuer herzustellen. Bestimmt. Ach, seid ihr gar kein Restaurant? Ja, ja. Pff, noch nicht so richtig. Wir warten auf den Ausbau. Im Moment hauptsächlich Lieferdienst. Ausbau? Ja. Ja. Ich kann, ich kann dir ne Hütte bauen. Ne Hütte? Wir sind am Ziel. Trinkheit ist Pflicht. Jawohl. Dinkelgeld. So. Ähm, ja. 1.600. Sie wollten 1.7 machen, ne? Nein, mach, äh. Was? 1.600? Dann mach 10. 1.000. 10. Ui, das ist aber groß. Kriegt ihr das Geld denn auch, oder wer kriegt das? Wir kriegen das. Das wird aufgeteilt. Ja, dann mach 1.600. 1.600. Also, den normalen Preis. Aber wartet kurz. Moment. Sagen Sie. Sorry, das ist nämlich 1.600. Und 1.600. Und 1.500 wären das. So. Hallo Zeit, guten Abend. Dann alle, die gerade eingeschaltet haben. Jawohl, bitteschön. Ich hoffe, euch geht's gut. Wartet ganz kurz. Ja. Trink ich deinen Arsch, ne? Kannst du die Tür hinten rechts zumachen, bitte? Ja, Moment. Oh, Entschuldigung. Einmal für dich. Oh, vielen Dank. Sehr großzügig. Machst du mal die Scheibe runter? Nein. Du willst mich mördern. Ach, ich muss sehen. Hallo, nicht am Koffer. Dankeschön. Oh, da ist ja sogar Kleingeld drin. Hallo? Arthur? Côte d'Azur? Oh, danke. Vielen Dank. So, macht's gut. Danke. Ciao, ciao. Ciao mit Kakao. Der hat mir einen ganz dicken Umschlag voll Geld gegeben. Ja, mir auch. Und Feschke hat er mir gegeben. Sehr, sehr großzügig. Ja. Siehst du, das war der Besitzer von dem Deiner. Hm. Wo müssen wir hin? Ja, bisher haben wir nichts Neues. Okay, dann fahren wir kurz zur Bank. Mit so viel Bargeld würde ich nicht rumlaufen. Ja. Und dann kann ich dir dein Gehalt noch ausfragen. Oh, wir haben jetzt schon locker wieder fast 50.000 Dollar verdient. Hast du eigentlich einen Traum? Einen Traum? Ja. Möchtest du was haben? Oh mein Gott. Hm, was haben? Aha. Eine Hüpfburg. Eine Hüpfburg? Ja. Was hast du denn eine Hüpfburg herbeguckt? Ich weiß nicht. Was hast du denn? Ich hab ein Glücksspiel gewonnen. Nein, das ist Spaß, Spaß, Spaß. Oh Mann, tu mir das nicht an. Okay, Moment. Hallo, Tuxi hier. Hallo. Hallo. Moinchen. Ja, hallo. Wohin darf ich, äh, wohin? Wo braunen sind der? Oh, komm. Wo legt der denn auf? Komm, zum Banko gemacht. Ja. Ja, moinchen. Ja, hallo. Zum EMS und dann nach Palito. Alles gleich. Wir kommen sofort. Tschüss gleich. Tschüss. Tschüss. Weißt du was, Twinkie? Was denn? Ich hab doch vom, ich hab doch noch vom Dings, ähm, von der Party die Tasche gehabt, ne? Ja. Von Herrn Juri. Die hab ich verkauft. An Hasepeter. Mhm. Ich hab fast eine halbe Million Dollar. Wow. Wie viel Geld hast du? Ach stimmt. Ach, stimmt. Ich hab 122.000 auf dem Sonder. Dann können wir uns schon was, können wir ein Haus kaufen. Aber wir leben jetzt in Miete. Ja. Kann ich mir einen Chopper kaufen? Einen Chopper? Ja, einen Chopper. Nee, nee, das ist mir zu gefährlich. Aber warum ich fahre, vorsichtig. Vorsichtig. Ja. Sag mich denn, was haben wir denn mit so vielen Fahrzeugen? Das ist doch albern. Aber, was wird schon... Tanisch war. Wir haben noch einen Kunden, komm schnell. Ja. Warte. Kina, dich... Twinkie, warte. Dein Gehalt noch. Ja, Tanisch war. Kina, du musst mich abholen und die Brigitte, wir haben kein Auto. Ja, aber kostet Geld, ne? Nee, weil her, wieso? Ja, weil das Geld kostet. Hä, du verlangst bei Freunden Geld? Ja, ich muss, sonst krieg ich Hager vom Hans-Peter. Oh, du meine Güte, okay, aber mach einen Sondertarif. Okay, wo seid ihr denn? Ach, du arbeitest beim Taxi oder ich hab nämlich dich normal angerufen. Ja, ich arbeite beim Taxi. Oh, verdammt, wir stehen vor dem Taxi, tatsächlich. Und wo müsst ihr hin? Zu mir nach Hause. Und wo wohnst du? Bei mir daheim. Und wo ist das? In Weiburg. Wettbeck, wir haben noch einen Kunden. Ja, okay, bis gleich. Okay, Peanut, bis gleich. Mann. Kann mir vorher Tanisho abholen? Nee, wir fahren jetzt zum Kunden. Okay. Zum offiziellen Kunden. Ja, aber das ist auch ein Kunde. Wo müssen wir hin? Zum EMS. Und der möchte ich noch politisch. Krankenhaus. Aber ein Chopper ist super. Ist auch gar nicht so gefährlich. Ja, toll. Und bald sehen wir aus wie hier die ganzen Gangster mit 100 Karten. Wir haben keinen Platz mehr. Und wo willst du das alles denn noch hinstellen? Mit 100 Karten. Wo ist denn derjenige, der das Taxi braucht? Weiß ich nicht. Hallo, hat jemand ein Taxi bestellt? Oh, da. Downtown Cap Taxi, guten Abend. Kommen Sie rein. Guten Abend, vielen Dank. Nach Paleto wollen Sie? Jawohl, einmal dort in Krankenhaus. Da zum Krankenhaus? Jawohl. Das sind... ... 10 Kilometer. 11 Kilometer. 11. Aufwunden? Ja, ist doch immer so. Okay, bitte anschneiden. Jawohl, bin ich. Soll ich schnell fahren? Ja. Wenn ich einmal kurz nicht antworte, bitte nicht böse sein. Mein Hörgerät spinnt. Deswegen muss ich nach oben. Okay. Ja, alles klar. Mein Hörgerät spinnt. Päckwäckchen, das ist nicht witzig. Wir haben mein Herz mit dem Gehirn. Ja, okay, hast recht. Das hat nur so ein komisches Geräusch gemacht, das Hörgerät. Das fand ich lustig. Ich glaube, ich habe so ein paar billige Hörgeräte gekriegt. Die gehen immer wieder aus und immer wieder an. Aber sie sind doch in Dockdocking. Sind sie nicht so voll krass bei der Krankenkasse unterwegs? Ja, na ja. Das ist staatlich alles, ne? Das ist dann auch nicht immer der Beste. Oh, wie armer. Ja, das nicht. Wenn ich oben bin, dann ist das schon wieder alles besser. Irgendwie hat das, glaube ich, was mit den Funkwellen da unten in der Stadt zu tun. Da stehen zu viele Massen oder so. Ja, stimmt. Der ganze Smog. Genau. Oh, einen Moment. Ja, das Taxi hier. Was kann ich für sie tun? Ja, au. Die großen leuchtenden Säulen sind, wenn man vom Flughafen weg wird. Die großen leuchtenden Säulen? Wenn man vom Flughafen weg wird, ja. Große leuchtende Säulen. Der Parkplatz am Flughafen. Das klingt doch super. Wir haben vor Ihnen, also wir bringen jetzt gerade noch einen Kunden weg. Dann, oder ich schicke Ihnen jemanden. Ich glaube, wir haben Mitarbeiter. Alles klar. Kein Problem. Tschüsschen. Große leuchtende Säulen? Ja, keine Ahnung. Der ist betrug. Da bin ich auch überfragt. So, dann rufe ich den Bibi mal an. Große leuchtende Dinger. Komisch. Ja, Bibi, am Flughafen beim Parkplatz. Irgendwo da. Ja, nicht für Arzen bin ich im Dienst. Da wartet ein Hunde. Alles klar. Subi. Kein Problem. Tschüsschen. Boah, ich hasse die Strecke nach Paleto. Warum? Weil es so monoton ist. Einfach geradeaus. Da bin ich müde. Ja, ich kenne das. Ich brauche Kurven, wie bei meiner Frau. Kurven gehören dazu. Ist doch langweilig die ganze Zeit geradeaus. Ja, zwei Kurven kommen gleich. Besser als nix. Hast du Bibi hingeschickt? Ja. Ich versuche den Kunden zu finden. Nee, nee. Jetzt ist es aber stressig. Ach, je. Was, dann haben Sie einen stressigen Tag? Nee, das nicht. Das mit den, äh, mit den Funkwellen, den Hörgeräten, das nervt gerade so ziemlich. Ja, das nervt wahrscheinlich immer. Ja, das ist, weiß ich nicht, ob das an deiner Wetterlage liegt dann hier oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Na ja, das ist halt dann immer so ein bisschen müßig. Ja, das glaube ich. Ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie stehen im OP, ne? Aber ist ja genauso. Stellen Sie sich vor, Sie fahren irgendwo, dann hören Sie nichts mehr, ne? Das ist ja furchtbar. Ich raste aus, wenn das Radio nicht geht. Ja. Und das Telefonnetzwerk zusammenbricht. Ja, das ist immer so eine Sache. Bis vor die Tür bringe ich sie sogar. So. Da hat er allerdings recht. Wenn Timo mich abstürzt, Junge, ist das richtig. So, dann steig mal aus. Z, nehmt euch ruhig, Timo Pechen. Äh, 2970 Dollar. 2985, bitte. Oh, das sind ne Dankschöne. Bitte schön. Und danke schon für die Wee-Saps und Zaps. Ich bedanke mich. Ich danke, ich bedanke. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Klutscher, Mönchen. Aber... Ah, meine Schulter. Schon wieder. Geht's dem Doktor gut? Ja, bitte auch. Da ist der Sheriff schnell weg, wie er im Koks und wo ich sagt. Was? Nein, Spaß. Ich hab Hunger. Oh, hier ist ein neuer Laden. Sollen wir kurz das zu essen holen? Danke, Möbel. Oh, hier ist ein neuer Laden. Hanghouse. Ja. Oh, da gibt's mal ausprobieren. Ne, die Pommes. Ja. Moinchen. Hallo, Sheriff. Hallo. Boah, da sind wir mit dem Möbel-PC drinne. Boah. Machen wir das so? So, seien Sie mal? Bedienung. Na, abend, die Damen. Warten Sie mal. Was halten Sie denn hier so? Oh, die hab ich gar nicht gesehen. Die klingen wie mein Koks. Schönen Abend noch. Warte, bitte. Was? 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 Between you and my sex-Glocke. Oh. So, so wie der Sex-Gong bei Scrubs, oder was? Was ist das? Kennen Sie das nicht? Nein, ich guck ein, Nettel. Da kommt die schon was. Okay. Nein, wir bekommen noch nix. Dann schönen Abend. Tschüss, euch auch, Sheriff. Tschüss. Bye, bye. Also, ich kann persönlich unsere hausgemachte Home-Made-Limonade empfehlen. Oh, ja, dann nimm ich davon auch gleich zwei. Zwei? Ja. Nein, vier. Ich nimm auch zwei, bitte. Okay. Darf's noch was sein? Ja, haben Sie was zu knabbern hier? So, zwischendurch? Nachos. Nachos? Ich bek, bek, wie möchtest du Nachos? Habt ihr noch Fleisch? Irgendwas mit Fleisch? Meatballs. Bacon-Meatballs. Boah, ich nimm Bacon-Meatballs. Oh, die nimm ich auch wohl. Ich nimm wohl Bacon-Meatballs. Ja, einmal, nee, zweimal, zweimal 20. Also insgesamt 40. Gut, gut. Dann mach ich jetzt fertig. Wir haben größten Hunger. Okay. Machst du alles? Ich kann. Ja, mach ich, mach ich. Alles klar, okay. Ihr habt aber ein schönes Restaurant. Ja, das ist eine Cocktailbar. Das mein ich doch. Aber sie trotzdem. Es hat was, ne? Das mit den Motorrädern gefällt mir sehr. Dass die hier so stehen in der Show. Ist halt mal was anderes, ne? Ja. Wie gesagt, die meisten sind dann einfach unkreativ. Und ich hab gedacht, scheiße, ich stell mir einfach zwei Bikes hier rein. Aber jetzt verdient ja das Barbecue-Lonchdings nix mehr. Ja, da kann ich ja nix für, dass die so teuer sind und unfreundlich. Ja, die sind wirklich unfreundlich. Ja. Also die Besitzer davor, die neun sind in Ordnung. Ach so. Ne, die neun hab ich, glaub ich, noch gar nicht. Doch ich glaub, Bonnie und ihr Mann waren das, ne? Boah, keine Ahnung. Weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass Twinkie sich mal in dem Vorhang von denen den Arsch abgeputzt hat. Oh. Weil die kein Klopapier hatten. Das ist schwierig, ja. Und dann hat es dann nach Pupu gestunken. Oh. So, die Dame, das macht dann einmal 1.200. Äh, mein Mann, der Zahl. Insgesamt macht das 1.200. Ja, richtig. Dann machen wir 4.000. Dankeschön. Trinket. Oh. Ich hoffe, das Essen schmeckt doch. Wir sind nämlich Jelp-Kritiker. Oh, ja. Das ist das beste Essen, was ich in der Stadt jemals gegessen habe. Ja, deswegen arbeite ich hier. Was machst du da mit meiner Frau? Oh, nee, nee. Mein Mann Zahl. Mein Mann, der Zahl. Warum ist das durchsichtig, Alter? Oh. Oh, der Kermit, der ist durchsichtig. Was treibst du denn da? Ist zu nicht verlaufen? Ist auch nicht. Der Kermit, der ist durchsichtig. Ja, wahrscheinlich schwierig. Bist du ein Geist? Ein wenig, anscheinend. So. Einmal das Gerät draufhalten. Tschönen. Danke. Heute geht alles so schnell immer. Mit der neuen Technik. Auf einmal muss man sich nicht mal mehr die Zähne putzen. Das macht jetzt eine Zahnbürste für dich. So, einmal 20 hier. Kubidongo. Hallo, Haki. Auf einmal 20 hier. Dankeschön. Bitteschön. Kommt und wir essen im Auto. Wenn ihr mal ein Taxi braucht, könnt ihr uns anrufen. Alles klar, machen wir. Okay. Schönen Abend. Ciao. Schönen Abend noch jetzt mal. Kommt wieder. Schönen Abend noch. Kommt jetzt, du geile sauer Bucke fummeln. Na, urliess. Oh mein Gott. Von wegen das beste Essen in der Stadt, das sollen wir ja mal probieren. So, wo gehen wir mampfen? Kommt, stimmt einfach. Warte, wir wollten doch auch noch eine Limo, oder? Eine Meatballs. Aber auch eine Limo hatten wir. Ja. Ja, die haben wir nicht bekommen, oder hast du die? Ja. Nee. Da müssen wir noch mal hin. Ja. Da musst du jetzt aber den Manager verlangen. Ich geh schon an. Oh, keine Zeit für Unfall. Schwerer Autounfall. Oh, verdammt. Du bist da, ey. Ich hab die vier Limos gar nicht gehört, ehrlich gesagt. Aber ich mach das nach, gerne. Was ist denn? Ja gut, das kann ich ja machen. Was wird passieren, ne? Ja, alles gut, alles gut. Herr Nuri! Ich glaub, das hat Nuri gar nicht gemacht. Es ist der... Oh, oh, oh. Ja, moin, ich hab ein Taxi hier. Hallo. Hallo. Ja, wo... Wo brauchen Sie ein Taxi? Hallo, Hausi. Ah, meine Schulter. Aua. Ja, dann lassen Sie. Also, Haki, bei mir ist alles fest. Bei dir auch. Und es ist ein Taxi für den freien vierten Monat. Hallo? Soll ich hinten da meine vier Limos geben? Können Sie gern tun? Ich kratz' grad meinen Rücken an die Wand. Wie juckt? Wie juckt? Eben so. Danke. Da, bitteschön. Dankeschön. Hat er wohl nicht gehört. Und dann dachte ich... Okay, mach ich jetzt auch kein großes Fass auf. Hat wahrscheinlich auch so ein schlechtes Hörgerät. Das kann... Da hast du vielleicht recht sogar. Ja. Schlau bist du. Siehst du, mittlerweile haben die Leute sich aber in einen Schlepper gewöhnt. Nicht wahr? Ja. Okay, beim Kleiderladen vier wartet einer. Aber wir wollen doch kurz Meatballs essen. Ja, richtig. Wir können ja einen probieren. Ja. Stößeln. Stößeln. Schmeckt da ein bisschen Paprika raus. Ist auch richtig salzig im Abgang. Wird doch zweites Mal brennen. Oh, geil. Ein paar kleine Zwiebeln sind auch dabei. Sehr lecker. Irgendwas Popelmäßiges ist auch da. Knorpel, glaube ich, im Fleisch. Ja. Schmeckst du die Peperoni? Ich schmeck die Peperoni, ja. Weil ich glaube, wir müssen noch einen probieren. Ja. Ja. Wir haben auch tolles Panieren. Oh, 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 oh. Warte, lass mal riechen. Was sagst du? Boah, ich würde schon so 4,5 Sterne von 5 würde ich geben. Okay, aber das waren jetzt erstmal die Baconballs, ne? Also, da können wir mal öfter vorbeischauen und mal noch andere Dinge probieren. Und die Limonade? Die Limonade? Du ziehst den Liter aber auch in einem Zug weg, ne? So, wo müssen wir hin? Das ist echt wozüglich. Zum Kleiderladen bei der, ähm, hier, Nummer 4. Okay. Da, wo du auch immer dein Gold her holst, ist da so um die Ecke. Aber ich war schon lange kein Gold mehr suchen. Aber nix geht über Codys bisher. Das stimmt, das stimmt. Aber Codys ist auch nicht so ab vom Schlag, ne? Aber ich denke so für die Leute, die hier so nördlich wohnen, für die könnte das wirklich ein Top-Restaurant sein. Ich meine, Cocktailbar. Cocktailbar? Ja. Wusstest du eigentlich, dass Cocktail-Schwanz-Schwanz heißt? Ja, Schwanz-Schwanz. Man sagt immer, ich hätte gern ein Schwanz-Schwanz. Ja. Habe ich dir das nicht schon mal gesagt? Das heißt ich nicht. Cocktail heißt Schwanz-Schwanz. Tagsam Pusteboom. Ach ja. Ja. Mensch, wieder mal ein schönes Wetter. Ja. Manchmal ist mir das echt langweilig. Ich vermisse Arizona manchmal. Warum? Ich weiß nicht. Wir können doch mal ne Fahrradtour machen oben in Sandtour. Ne Fahrradtour, oh Gott. Ja, da sieht es doch aus wie eine Arizona. Ja, aber ne Fahrradtour... Ja, oder Inlandskater. Ja, oder ein gemütlicher Super-Ziergang. So. Schön langsam. Am Strand. Nein, nee, in Sandyshows oder so. Mit wem denn? Wir haben keinen besten Freund mehr. Ja. Willst du nicht mehr Zeit mit mir alleine verbringen oder wie? Ja, doch. Ach, stimmt. Hast du einen Anfall oder warum hast du gerade so zu mir vorgeguckt und gemacht? Ja. Ja. Ja, nur mit dir. Na klar, immer. Jeden Tag. Aber wir verbringen noch voll viel Zeit vom Fernsehen. Ja, das stimmt. Aber wir können ja auch zu zweit mal andere... So. Ja, das wollte ich sagen. Wir dürfen nicht über die Linie drüber fahren. Aber wo hört die denn auf? Mir egal. Ich bin einfach hier. Oh, die das nicht nur sehen. Das haben wir nicht gesehen. Brems. Ja. Taxi down. Ich seh nix. Oh, du hast Schlagseite, ey. Ja, Taxi, hallo. Hat jemand ein Taxi bestellt? Nee, wir nicht. Nee. Nee, wir haben unsere Taxis bei. Eben, aber das ist ja eh nur noch ein Platz bei, oder? Das ist nur ein freches Stück heute, ne? Meine Augen drehen, warum hast du gepupst? Alles klar. Okay, ich schick jemanden. Wir sehen. Hallo? Wieder so'n Spaßanrufer bestimmt. Oh, das kann's doch nie sein. Boah, da kommen die Meatballs direkt, weil die raus sind, ne? Ja, moin, Chef. Am Sushi-Laden, da wartet jemand. Moin, moin. Ja, soll ich sonst jemand anderes eben schicken? Okay, supi, tschüsschen. So, ja, wenn hier keiner ist, sonst am Sushi-Laden. Ich guck wohl. Hallo, ist hier jemand? Komm raus, wenn du dich versteckst. Ich geh kurz den Waffen angucken. Hallo? Hallo? Ich bekomm, ich muss eh, ähm, 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 hier, drei Päckchen Munition entgegen. Dankeschön. Danke. Nö, Twink, hier ist keiner. Ja, ähm. Haben Scherzerlose. Ja, glaub auch. Ja, dann fahr mal zum Sushi-Laden. Okay. Will der Kick halt nicht da hinfahren? Nee, der kam grad wohl nie. Der ruft mich an, wenn er wieder frei ist. Mehr Geld für uns. Richtig. Oh. Hat dir jemand ein Taxi bestellt? Du springst jetzt nicht darunter. Hallo? Ja, moin. Haben Sie ein Taxi bestellt? Nein, aber vielleicht die da. Okay, dankeschön. Die haben Zehner. Ach, hallo, hat dir jemand ein Taxi bestellt? Nee, 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 das stimmt überhaupt nicht. Hinter mir sind wir ein Sersen gefahren. Bitte? Von uns hat hier keiner ein Taxi bestellt. Okay, danke. Herr Sperrschernerwitz. Und dann bin ich angehalten. Und dann ist es... Scherz anrufe. Diese Trolle wieder. Ja. Alles... Alles... Alles Dragon Lords. Nichts besseres... Dem hau ich die Prügel raus. Ab morgen gibt's Let's Plays. Keiner bewirft mein Haus mit Pudding. Aber viele Sheriff's unterwegs, ne? Ja. Aber es ist doch auch schön, dann kann man sich sicher fühlen. Das stimmt. Er zahle jetzt erstmal hier zum Sushi laden. Arbeit ziehen. Ja. Du bist schon so ein Idiot, ne? Ich? Ja. Ne, warum? Kleiner Schäm, du. Und danach haben wir noch einen Kunde an der Drachenschanze. Twinkie. Ja. Ja. Du, Alter, Sauz. Meine Schulter tut weh. Oh je. Ich hab dir gesagt, leg dich nicht auf mich drauf. Ich will nur kuscheln. Und kuscheln? Bei dir ist kuscheln gleich einem Wrestling-Ding. Ach, komm. Ach, komm, du. Boah, von A nach B. Von A nach B. Poster verkauf dir einen Samstag. Das sagt sie, Liebne. Anstrengend ist er. So. Konnichiwa. Konnichiwa. Ja gut, großer. Dann dir, äh, viel Erfolg. Das ist der Eismann. Äh, nee. Hallo, haben Sie ein Taxi bestellt? Ich hab ein Taxi bestellt. Ach so, hallo. Na, Peter, ich bin nicht der Eismann. Sie sind, wir haben Sie doch letztens rumgefangen. Äh, das ist richtig. Da, soll ich dich richtig. Sie sind der Monopoly-Mann. Scheiße. Ja, weißt du das? Ja, das haben die im Taxi gesagt. Ach so. Ich hab' ich dir trotzdem noch was Gutes tun. Ich hab' ich gleich gibt's dir eine Fresse. Ich hab' ich dir rückwärm. Weg von meinem Koffer rum. Würde ich eigentlich vielleicht doch ein Blaubeermatcheis anbieten. Das kannst du doch durch die Fenstelscheibe gehen, wenn du so nett bist. Ja, dann bin ich doch immer so nett. Gib das Tüchel. Pass auf, die beißt in die Hand. Das ist nicht schlimm. Gibt viele Stellen in meinem Körper, die eine Frau schon nicht mehr berührt hat und das ziemlich lange. Aber ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Na ja, das ist aber jetzt am Verwunderlich. Das war schon ein bisschen geil. Können wir mal machen? Du hast jetzt Lülle an der Hand. Lülle an der Hand. Die werde ich mir nie wieder waschen. So, der Herr Vater, wo möchten Sie denn gerne hin? Äh, zum Ali Autoshop. Ali Aut? Was ist denn Ali Autoshop? Mir wurde gesagt, es gibt einen Autoshop, Ali's Autoshop und da kann man sich Autos angucken. Der Jungemann möchte wahrscheinlich zu Ali's Allrad. Oder Allrad, ja. Ali, wo soll das sein? Äh, unten am Flughafen, neben West Coast Performance, der neue Autos handelt. Ach, diese, ah, okay, ich weiß. Genau. Da waren wir auf Party. Alles klar. Alles klar. Das sind dann drei Kilometer. Ja, das ist... Bitte anschneiden. Ja, angeschnallt bin ich schon. Das ist Premiere, wie ich eben schon bei Nori gesagt habe. Am Eisler, äh, am Café. Bitte festhalten. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ich hoffe, das, was ich nebengegeben habe, dass das die Fahrt nicht beeinflusst, hier. Was haben sie mir gegeben? Na, ihren Mann. Was für ein Mann? Ich bin Peanut, ich bin ne Mann. So. Rechts neben ist Twinkie. Ja, Twinkie. Oh mein Gott. Ah, das sieht ja... Déjà vu. Klinge ich wie ein Mädchen. Nee. Oh, du klingst super männlich. Ich bin super männlich. Ich gucke, hier ist mein Schwanz. Oh, oh, oh du Gott. Ich weiß doch nicht. Da habe ich ja... Das war, glaube ich, verwechselt. Ich habe gerade mit... Ich habe gerade mit Biggie am, 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 an der Eisdiele gequatscht. Biggie ist mein Kumpel. Ja, ja. Er meinte, ich soll euch mal ausprobieren, euer Taxi-Unternehmen. Ach so. Ja. Also, ich hätte nichts gegen den Dreier. Biggie? Nee, zu viel Arbeit. Soll ich ne dunkle Ecke suchen? Nee. Nee, komm, das ist mir echt zu viel. Ich hätte doch unten gelegen. Ich habe kein Problem damit. Vor allem ist das so still hier im Taxi. Ach quack, ach quack. Still, still gibt es hier nicht. Ich war eben nur verwundert, dass wir gehalten haben und dachte, wir sind schon da, weil ich keine Ahnung habe, wo das ist. Das ist irgendwo hier, war auch ein Straßenfest letztes Mal. Irgendwer meinte, dass hier ganz viele Autos sind. Da, da, ah, oh. Aber ich glaube, da arbeitet gerade keiner. Ja, man kann ja trotzdem mal durchgucken. Wenn wir dann warten? Ja, kommt drauf an, was die Rückfahrt kostet. Also generell. Also jetzt wären wir bei 1210 Dollar. Ja, dann machen wir doch gleich 2000. Dann würde ich die Rückfahrt an dieselbe Position buchen. Ist das okay? Ja, das wären dann aber 2420 Dollar. Ja, dann machen wir 3000 draußen, dann passt das. Ja, das klingt super. Mit Wartezeit, dann gucke ich einmal kurz durch. Alles klar. Für Minuten oder so. Dann machen wir Mittag. Jo, mach das. Danke für die Hinfahrt schon mal. Ja, kein Problem. Wie hat er gesagt, 3000? Ja. Oh, das ist klar. Aber jetzt, wo ich es gerade so angeschnitten habe, habe ich schon ein bisschen Bock, ne? So, Peanut is just a little bit hörnchen. Ja, das ist klar. wir haben aber einen chilling alltag wir gehen arbeiten dann gibt es die coldies treffen unsere freunde steinen wir wollen dafür mein bt ist nichts dabei ich kann sie empfehlen bg war ich bin relativ frisch auf der insel 24 stunden bg 30.000 leute die verteilen kredite kredite hört sich immer böse an warum man leitet sich 100.000 dollar und dann zahlt man 110 oder 120 wieder zurück ok in was für einem zeitraum weiß ich nicht aber man hat schon ein bisschen länger zeit ok wäre vielleicht eine idee aber wenn man es nicht zurück zahlt dann hat man problem dann kommen die knochenbrecher schlimmer ja dann darf man kugeln fangen oh ja ist ja wie im wilden westen hier aber wenn man eh vor hat arbeiten zu gehen ja das ist ja klar sich einen job zu suchen dann kann man das recht zügig zurückzahlen ja jetzt wieder zum sushi laden ja ja nicht bei euch dann gleich mit karte zahlen muss ich erst geld holen mit karte perfekt fahren ja aber meine wie die wilden ja können ja auch nicht alle so gut fahren wie die taxifahrer ja das stimmt aber ich bin dafür geboren dafür dass ich keinen Führerschein habe ja Führerschein braucht man auch nicht wofür denn auch ist eben ein Blatt Papier ja richtig wie sieht denn hier aus mit mit ähm mit Events oder so ist heute irgendwas außer das Derby weiß ich gerade nicht aber es findet ständig irgendwas statt Crash Derby, Partys, Schnitzeljagd, alles mögliche wissen sie nicht ob heute irgendwo noch eine Party steigt ne aber sie können bei you live gucken ok das ne ich dachte ja irgendwelche privaten ich dachte ja Privatpartys oder sowas die App hab ich schon die ist ganz cool ja private Partys dann werden sie ja nur eingeladen wenn sie befreundet sind mit dem Partypartys ey hier links reicht wo? hier? ja ja hier links reicht voll und ganz morgen gibt es ein Box Event seh ich gerade ah aber ich glaube jetzt keiner mehr ne ich lauf drei Meter zurück da steht ja mein Auto achso bleiben sie sich nur hätte ich jetzt ein Auto gekauft wo ist denn die Auto? ähm am Parkplatz hier ist mein Auto also das kleine rostige naja Hauptsache fährt ja genau cool Twinkie macht die Rechnung dann ja Autofahren nicht mit Benzin Lüge sie waren Dankeschön für die Wies am 8. Monat kkkkkk Curly und no neben Dank für die Prime Elf mehr Katzenbilder ja ich weiß ich hab mir ich hab's nie gemerkt und Chris danke für die Wies am 18. Monat Stufe 2 sag ich auch vielen lieben Dank und MC danke für die Wies am 9. Spine Spine danke für die Prime 4. und Moppy danke für die Wies am 7. ja und Dayday danke für die Wies am 8. und Jerome danke für die Wies am 28. und Gun Tower danke schon für die Prime 14. ja klar so okay 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 haben wir 9 Kunden? ne bisher noch nicht und der war aber nett ja wirklich sehr nett ich hätte das Geld geliehen und dann hätte er mir mehr zurückzahlen müssen und wenn nicht hätten wir ihn zusammengeschlagen genau hätten wir uns auf den drauf gefällt auch wenn nicht Cody mag ne ja die Bürger wurde ich links das wäre mein Traum einer meiner Träume aber ich bin Endturm das wäre The Holder Twinkie oh ja sogar mit Drive-In mit Drive-In schnell reinfahren kurz bestellen und zack wieder weg das wäre doch einfach nur super geil boah vielleicht sollten wir bei dem Cody davon Bescheid sagen dann können wir den Zweitladen aufmachen ja boah boah ich meine warum nicht ist hier die andere Seite der Stadt ne wenn man mal keine Lust hat ganz runter zu fahren Guck mal hier Herzlich willkommen Herzlich willkommen bei Cody's Ihre Bestellung bitte ist das hier oder hier hier oder ne ne da hinten am um Fenster oder nicht und dann ja ok zahlen ja ok und dann hier bezahlen oder hm ne nicht hier bezahlen hier bezahlen wo bezahlt man denn na warte ne dort da kriegt man dann alles oder ach so in einem Schalter ja sieht wohl so aus also kann man alles wenn ich hier bezahlt bin und hier kriegt man das so ne hier Hallo Spool Da oben ist mein da oben ist mein das ist schon wieder zu Entschuldige Lassi Oh Anruf Ja das Taxi Was kann ich tun für sie Hallo Hallo Hallöchen Ah ja wohin denn Tag aus 18 alles klar wir kommen sofort bis bald bis bald bis bald hab ich pacos 18 mhm stimmt wieder ein Scherzkeks Anruf was kann ich bis bald ist da ich tue 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 r tue 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 die verfolgen oh mein gott verfolgen sie sind irre Stehen bleiben! Nein! Wir haben einen Kunden! Wir haben einen Kunden! Oh, der Polizei, rechts ran fahren! Nein, hör auf, du, wir bauen gleich einen Unfall. Bringt die einfach rum. Ey, du fährst viel zu schnell, hier ist 50 km. Ihr fahrt zu schnell, oh mein Gott! Oh mein Gott! Die stirbt gleich. Mach Platz! Oh, da sind die besoffen. Ich glaube schon. So, Mühne. Die legt sich... Was? Die legt sich gleich auf die Fresse. Oh. Kiefer! Ja! Anfett ab nochmal! Was? Ich hätte gehöre! Hallo! Undjön! Dauntom Cap Taxi! Ja, kleinen Moment, bitte. Ja. Ah, 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 ah. So, wo das hingeht. Äh, ich hätte... Möchte gern zum Erdbeerfeld bitte. Erdbeerfeld? Zum Erdbeerfeld, natürlich. Haben Sie denn Ihre Schaufel dabei? Ja, aber ich wurde eben hochgenommen am Erdbeerfeld. Sie wurde dann, äh, nackt auf dem Berg ausgesetzt. Sie wurden... Hochgenommen und nackt ausgesetzt? Ja, ich wurde dann, mir wurde die Tüte über den Kopf gestülpt und dann durfte ich, äh, haben sie mich irgendwo auf dem Berg stehen lassen. Ich durfte alle meine Klamotten ausziehen, sie haben ihr Handy und alles abgenommen, haben gesagt, kannst du erst mal zehn Minuten, äh, zehn Sekunden warten, dann kannst du die Tür vom Kopf nehmen und waren sie weg. Und dann durfte ich erst mal barfuß und nackt, nur noch mit einer Hose an. Ich hatte den Berg auch gekraxeln. Solche Schweine, sie fanden kostenlos heute. Oh, das ist aber nett. Solche Schweinehunde. Ja, hab ich auch gedacht. Ja, Moinchen, das hat sie hier. Was kann ich für sie tun? Schweinhaufen. Zum Parkplatz beim Goldfluss. Okay, alles klar. Bis dann. Äh, den Biggie, worauf ich den bin. Haben sie denn die Polizei gerufen? Ja, ja, Polizei, Krankenwagen, war alles da. Ich hab mich dann bis zum Sägewerk durchgeschlagen. So entsprechend sahen auch meine Füße danach aus. Und erst mal Polizei, Rettungswagen, alle da. Moin Biggie, äh, beim Parkplatz. Das ist am Goldfluss, da wartet jemand. Das ist bei uns, äh, um die Ecke. Na klar, ist doch alles gut. Solche Schweinehunde. Genau. Oki doki. Bis dann, süßchen. Und jetzt wieder zurück aufs Feld arbeiten. Ja, ich hab da noch meinen, meinen Pounder stehen. Der ist jetzt fast voll. Den mache ich jetzt, glaube ich, noch leer, weil ich glaube, ich hab keinen Bock mehr heute noch ein paar Appen zu pflücken. Ja, selbstverständlich. Da kommen diese asozialen Verbrecher und überfallen einen. Richtig. Und die haben ihnen alles weggenommen. Ja, ja, Klamotten, Handy. Ich hatte noch Geld in der Tasche, das haben wir mir nicht abgenommen. Die haben dir da einfach nur Spaß draus gemacht. Haben sie wohl lustig. Die gehören alle ins Gefängnis. Am besten bewaffnen sie sich und wenn sowas nochmal vorkommt, dann gucken sie, dass sie aus die Situation rauskommen. Ja, das hab ich mir auch schon überlegt. Ich hatte ein Messer dabei, so viel hab ich aber gar nicht parieren können. Bis ich das zücken konne. Und dann haben sie mir das auch schon abgenommen. Twinkie, bist du sicher, dass wir nach GPS fahren sollen? Ja, müssen wir ja nicht. Ich hab's ja nur da eingegeht. Oh, das wird eine wilde Fahrt jetzt. Oh ja, glaube ich auch. Angst, nein, bitte. Jo. Einmal auch, als ihr da. Oh, ich lade gleich wieder im Krankenhaus. Ach, Quatsch, ich fahr super gut. Oh, Twinkie, du wackelst richtig doll. Oh mein Gott. Boah, ich bin ein Ready-Fahrer. Eigentlich müsste noch einer sagen, fahr links, rechts, links. Hehe. Hmm. Alles gut. Hauptsache kein Tier kommt, wenn wir uns vor das Auto gefahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Hauptsache wir landen nicht im Wasser. Wir haben doch halt noch Schwierigkeiten. Ringe. Ui. Boah, was schön hier. Ja, hier haben wir hier. Ja, hier können wir hier mal super ziehen gehen. Ja. Und dann kommt so ein verrückter Tankseepfarrer wie ich. Der hier einfach hoch brettert. Jetzt gäbe es kein Morgen. Ui. Der ist unternehmend das blüttrige Hunder. Wat? Wo? Habt ihr's gehört? Wat? Ja. Ja. Wo braucht ihr einer hier? Was hat er über los? Nein, nein, du. Anders schwierig. Hallo. Wo ist er? Hallo, Weta. Was macht ihr da? Kalia kratzig mal. Okay. Wer ist hier? Wer ist denn da noch? Ich weiß, wo er ist. Ich seh euch. Ich hab grad einen Mucki nachgehört. Ja, der ist ja. Ja, moin. Das ist Tatsi. Was kann ich für sie tun? Fangen die Kallen? Ähm, ja, ähm. Ui. Äh. Der kommt mal wieder zurück. Ja, es war Kapitän. Hallo, was machen die da? Wandertag. Ja, so, so. Wir könnten zwei Leute fahren. Ähm, wohin denn? An welchem? Oh, da muss ich jetzt erst mal gucken. Ähm. Hat der Kleidungsladen keine Nummer da? Welche wär das denn? Ah, super. Okay. Ja. Da kommen wir gleich hin. Und wir bringen noch eh mal einen Kunden weg. Okay, Sophie, bis gleich. So, dann kommt gleich eine Vierertruppe. Wir haben aber nur drei Platz. Zwei. Speckbäckchen. Ja, ich hab denen das auch gesagt. Das ist schwierig. Und er sagte, es ist aber auch kein Problem, wenn wir quasi zweimal zwei Leute fahren. Also, okay, okay. Hast du gesehen? Die haben Wandertag gemacht. Oh, nicht so schön. Ja. Äh, 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 äh. Mir wird schlecht. Sicher, dass die noch heile ankommt? Na klar. Ich war mal Formel-Zwei-Fahrer. Formel-Zwei? Warum nicht zur Formel-1? War zu dick für das Auto. Aber in Formel-Zwei hast du reingepasst? Ja. Ah ja. Hm, hm, hm. Ist doch hier irgendwo, ne? Nee, schriech doch den Sex in der Luft. Aber hier ist nix mehr los in den letzten Tagen. Hier ist das so, ne? Wo ist denn dein LKW? Der hier? Ja, ja, genau. Da, da, link. Ja, genau. Okay. Ja, du fährst im Sohn. Ja, moin, das Taxi. Danke, perfekt. Was kann ich für Sie tun? Ja, danke ebenso. Tschüss. Eine gute Tag am Tag. Der nächste Wichser bezahlt. Eine Inselrundfahrt? Ähm, Späckbüchen, kriegen wir das heute noch hin? Weiß ich nicht, entscheid du. Mit wie vielen Personen denn? Ähm, wie viele zwei waren das? Zwei Personen. Ja, aber kostet ein bisschen was, ne? Ja, okay, ja, das kriegen wir wohl hin. Kostet aber ein bisschen was, ne? Was? Okay, alles klar. Ähm, wohin war das? 706? Okay, alles klar. Ähm, wir haben jetzt nochmal zwei Kunden und dann wären wir da. Okay, alles klar. Tschüsschen. Ja, moin. Das kann ich für Sie tun. Okay, das kann jetzt eventuell ein bisschen dauern. Es sei denn, ich erreiche noch jemanden. Alles klar. Was, nochmal? Also, okay, alles klar. Tschüsschen. Boah, das ist viel zu tun, ne? So, okay. Ähm, ja, kann ich Biggie fragen, ob der die Rundfahrt machen will? Ja, keinem zu machen. Ja, keinem zu machen. Pass auf, tier auf, dein Leute. Hallo? Hi, Biggie, hättet ihr Lust auf ne Inselrundfahrt mit zwei Kunden? Okay, würdet ihr das dann nachmachen? Weil wir haben jetzt gerade noch zwei Kunden, beziehungsweise ein Kunden, wo vier Leute gefahren werden müssen. Ähm, mit zwei Leuten nur. Ach so, ja, okay. Ja, dann machen wir das. Ja. Okay, tschüsschen. Ne, ne, es sind ja auch nur zwei Leute. Oder seid ihr zu dritt? Ja, siehst du, es sind halt nur zwei. Aber gut, wenn ihr gleich weg müsst, dann ist es ja blöd. Ach so, okay, alles klar. Bis dann, tschüss. Boah, ich hab voll keinen Bock auf so ne Rundfahrt. Ja, machen wir einfach ganz schnell. Aber ich glaub, dann geb ich erst mal jetzt Leitstelle ab, weil dann will ja erst mal eh nicht fahren. Ja, weißt du, wer noch ein Dienst ist? Guck auf, guck aufs Arbeitshandel. Oh man. Ja, der Schlepp wahrscheinlich immer noch nicht, ne. Downtown Cap Taxi. What's up? Ja, hallo, das Taxi. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Hallo. Äh, wie sagt's? Äh, ja, da ist gerade ein Taxi unterwegs, ja. Was haben Sie gesagt? Tschüss. Ja, wir fangen zweimal da müssen. Ja, ja. Wir warten hier einfach so lange. Zeig mal einen. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Wo wollt ihr denn hin? Also wir brauchen irgendwo, wo wir ein günstigen Auto kriegen. Günst, ganz, ganz günstiges Auto? Ja, ein ganz, ganz günstiges. Ja, aber wir sind... Und jetzt haben wir in die asozialen Gegend. Ach Gott, ach Gott. 2 Kilometer, kann ich nicht. Wir sind hier gerade erst auf den Zug gekommen. Wir vier. Ah. Keine Ahnung. Das ist mal ein Auto so. Und zu Fuß ist halt anstrengend, ne. Ja, klar. Dann könnt ihr euch ja jetzt ein Auto und eure Freunde... Obwohl, vier Sitzer wird schwierig. Ah, wir gucken mal. Erstmal boppen auch so, weißt du, was ich meine. Wir gucken, wo über die Preisklasse hinkommt. Ja, Michael? Mhm. Geht ganz so. Ja, ja, alles gut. Genau, genau, genau. Jo, kriege ich wieder. Bis gleich. Hier müsst ihr aufpassen, hier wohnen die Gangster. Gangster? Ach Gott. Oh mein Gott. Uiuiui. Die ziehen einen mal ab. It's only a gang. Why do you have to be mad? Hier ist ein muslims Autohaus. Und die Autos sind günstig? Ja. Ja, das sieht sehr... ...vertrauenserweckend aus. Wurde ich gleich für die nächsten mitbezahlen? Oder soll ich beide Fahrten einzeln berechnen? Äh, ich glaube sogar die anderen zwei musst du gar nicht holen. Ich meine, wenn wir hier uns ein Auto holen, dann holen wir die schon ab, das kriegen wir hin, dann. Ja, okay, dann macht das einmal 990 Dollar. Ja, ich stelle ihn eben nach Rechnung auf. Mhm. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Ich danke. So, dann noch einen angenehmen Abend. Bye-Face. Bye, have a beautiful time. So. So, dann machen die das hier. Gut, dann können wir jetzt zur... ...zu 70.06. Erstmal... Leute, die Leute, gebe ich trotzdem ab, oder? Oder soll ich das canceln? Weil das hier jetzt echt blöd dann. Nein. Ui. Die Tür. Man steigt doch eben aus und macht sie zu. Ja, die große. Jetzt geht sie zu, wo ich auch steig. Nee, die ist weg. Nee. Die ist einfach gut. Nee, komm, lass uns das einfach schnell machen. Ja, okay, dann gebe ich eben schnell Leitstelle ab. Okay, dann zu 70.06. Lass mich eben gucken, wo das ist. Ah... ...de ich in Häusen... ...dass du es langsam... ...das Ding will mich doch verarschen. ...de ich nicht... ...da ich in Häusen... ...winde. Das ist början straw. Ah, da, das ist, okay, alles klar. Äh, hier ist das irgendwo. Wie viel nehmen wir die denn dafür ab? Weiß nicht, wie viel nehmen wir denn sonst dafür? Ich weiß es nicht mehr. Lass einfach 5.000 Dollar machen. Und schreib mir im Tax Max 1.000 Dollar für die Fahrt und der Rest trinkelt. Okay. Boah, stressig heute. 5.000 Dollar habe ich jetzt übergeben. Boi. Okay. Und wo sollen die sein? Weiß nicht, hier ist auf jeden Fall in dieser Kurve 70.06. 70.06. Oh, ich glaube, die wollen nicht mehr. Ich glaube, die sind abgehauen. Na gut, dann bin ich die Deutsche da wieder. Vielleicht der? Nee, 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 das waren ja zwei. Brauchen Sie ein Taxi? Mild, danke. Schau mal da, auf dem Parkplatz ist da vielleicht jemand links. Da steht keiner. Ja. Ja, dann steht die Hut, ne? Oder bitte ein Scherz-Kriegs-Anruf. Ja. Boah, wie die schon an zuvor da waren. Oh, dann kurz, einmal eine Minute hier instellen. Hast du jetzt die Leitstelle wieder? Ja, hab ich wieder. Okay. Unser Auto sieht nicht mehr so gut aus. Hier ist es, Bang, Becci. Oh. Oh. Ist das Gangja? Ja. Das ist einzig. Oh. Puh. Wer ist denn Knicker Asch-Honnie? Wer ist denn Lars Lundberg? Oder Latour White? Keine Ahnung. Ach, ist das nicht vielleicht Biggie? Ja, stimmt. Ronny, hops. Und Kilian Grine. Der Pinsel ist unterwegs. Der ist eingestempelt. Ich will nicht mit dem reden, ne? Der Pinsel ist eingestempelt? Ja. Der ist nicht eingestempelt bei mir. Doch. Du musst auf dein Taxi-Handy gucken und dann unter aktive Kollegen. Aktive Kollegen. Da steht Ronny, hops. Von Jotz? Nee, der ist bei mir abwesen. Nee. So. Nein, hier in deinem Handy. In meinem Handy. Ja, in deinem Handy. Ach so. Das Handy mit dem K drauf. Das Ding, womit auch die Rechnungen... Ja, ja, ich hab doch schon. Ja, dann sag mir doch. Und da steht Ronny, hops. Das ist eingestempelt. Oh, ja. Ich will aber nicht mit dem reden, ne? Ach, das muss geklärt werden. Nein, das ist nicht mehr mein Freund. Das wird einmal geklärt, dann kannst du immer noch sagen, guck, das ist nicht mehr mein Freund. Aber, weißt du, das Ding ist, der wohnt ja auch bei uns. Hm, der war bestimmt nicht zu Hause, sein Auto stand nicht da. Ja, trotzdem wohnt er aber noch offiziell bei uns. Wir haben ihm nie einen Mietvertrag gegeben. Ja, da fällt dir nichts mit sein, ne? Ich finde auch einfach, das ist kein faires Verhalten. Was wäre denn fair? Du verhältst dich wie ein Kind. Du solltest schon klären, dass auch wenn es so ist, dass ihr nicht mehr miteinander... Aber Twinkie, gib mal deine Hand. Ja. Guck mal, fühl mal hier. Ja. Ach, nicht hier, nicht hier. Nein, fühl mal hier. Hier. Merkst du das? Ja. Der hat mir da wehgetan. In deiner Hose. Nein, nicht hier, hier oben. Ach so. Hier sollst du fühlen. Ja, okay. Hier, guck mal, hier musst du fühlen. Ja. Hier hat der mir wehgetan. In der Arterie. Nein, hier oben. Lass mich nicht mehr. Oh, da. Am Herz. Ja. Wo du schon wieder alles hinpackst, ne? Ich weiß genau, du bist ja ein Kind. Ach, komm. Der hat mich stehen lassen für ein super Song. Ja, Speckbeckchen. Trotzdem klärt man sowas nochmal. Einfach, um alles gesagt zu haben, weißt du. Und dann kann man immer noch sagen... Aber warum soll ich dem jetzt hinterher rennen, wenn der hat mich nicht einmal angerufen? Nee, musst du ja auch nicht. Ich mach das. Der hat mich einmal gefragt, wie es mir geht. Weil es nämlich kein Freund ist. Wahrscheinlich, ja. Wie ist denn auch ans Handy, wenn er anruft? Ich hab keinen Anruf in der Abwesenheit. Aber wie ist denn auch ans Handy, wenn er anruft? Wenn er jetzt anruft? Na, wenn er generell anruft. Ja, siehst du. Warum soll der dann noch weiter anrufen? Der hat dann nicht einmal angerufen. Ich war sogar an dem Tag im Krankenhaus wegen Herzschmerz. Und dann hab ich T-Rex kennengelernt. Und dann kam Biggie und Honey und haben gesagt, wir sind deine Freunde, Peanut. Ja, gut. Wenn du Freunde einfach so wegschmeißen willst, ich weiß ja nicht, ob das für dich die beste Freunde sind. Warum ist mein Verhalten falsch und sein ist okay. Nee, ich finde eure beide Verhalten nicht richtig. Ich hol mir jetzt mal kurz eine Schmerzgeblitte. Mach das. Weil ich hab Aua. Können Sie mir was mitnehmen? Was brauchst du? Auch eine Schmerz. Nimm mir zwei, drei mit. Okay. Hallo Frau Wangtang. Wir hätten gerne eine Packung Schmerztabletten. Und vielleicht Erkältungsmelde. Dankeschön. Trotzdem hat er sich nicht einmal gemeldet. Da. Dankeschön. Ich probier jetzt mal die Limonade. Die ist echt lecker. Ja. Schmeckt wie viel Cola. Ruhig heute, ne? Ja, heute ist recht ruhig. Wir können ein Spiel spielen. Ja, okay. Welches? Wahl, Wahrheit oder Pflicht. Okay. Okay. Ich fang an. Wahl, Wahrheit oder Pflicht? Was ist Wahl? Dann hast du die Wahl. Ich sag dir, mach das oder dies oder das. Und du kannst sehen, was du machen musst. Okay, das nehm ich. Okay. Du rufst den Pinsel an. Also die erste Option ist, du rufst den Pinsel an. Mhm. Und meckerst mit dem. Mhm. Die zweite Option ist. Mhm. Mir fällt nichts ein. Mhm. Fang du lieber an. Okay. Okay, Wahl, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Wahrheit. Ähm. Ist dir der Pinsel jetzt wirklich so scheißegal? Mhm. Der hat auf jeden Fall von der Freundschaft was verloren, ja. Aber ist er dir scheißegal? Nicht ganz. Okay. Sollen wir das klären mit dem? Speckwittchen, ich glaub alles in dir schreit gerade. Klär es mit ihm. Also tu es doch einfach. Dann rufst du den aber an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was denn? Ja, ich will den. Mein Gott, ey. Als hätte ich einen Sohnemann geheiratet. Ich, ich schrei den Sins an. Der soll zum Bahnhof an die Tankstelle kommen. Na ja, ey Pinsel. Möchtest du für ein klärenes Gespräch einmal zur Tanke beim Bahnhof kommen? Ja, ich hab gehört. Du und Speckwittchen habt euch ein bisschen zerstritten. Der hat zerstritten. Okay, abholen. Hast du kein Auto da? Können wir den eben abholen? Hallo. Ja, der hat gerade kein Auto da. Wo bist du? Ja, wo ist dein Hund? Pinsel, wo bist du? Beim Krankenhaus. Der hat gar kein Hund. Wir holen dich jetzt beim Krankenhaus und dann klären wir das beim Bahnhof. Okay. Ich hau dir meine Fresse. Bis gleich. Zum Krankenhaus. Da steht doch sein Auto. Ja, siehst du, der lügt schon wieder. Der hat dich angelogen, Twinkie, ich schwör. Guck mal, wie schattendreist ihr hier. Ja, aber gut, der sagt ja auch, der ist am Krankenhaus, ne? Der lügt. Der lügt dich an und du lässt dir das gefallen. Der hat dich belogen. Speckwilchchen, dann fahr weiter. Nee. Ja. Dann hör auf damit. Wo ist denn der? Wer ist das? Wer bist du? Wer ist das? Und schmeißt dir den Hund ins Auto? Oh. Vorsicht, Tür geht auf. Wo ist denn das Ding? Und dann fangen wir da her. Da ist mein Maum auch. Gar nicht mehr. Taxi, hallo. Okay, wohin? Oh fuck. Vorsicht. Okay, ich bin grad in der Besprechung. Ich schau mal, ob ich noch jemanden erreiche. Okay. Oh, muss er so, wie ist das, wie mein Hund an seinem ersten, zweiten Tag stirbt? Nein, aber ich will, dass du stirbst. Du, du Verräter, schein. Ja, seid ihr schon auf dem Geburtstag? Du Verräter. Du. Du. Bruder Verluder. Boah. Ja, am Möropark wär einer. Wir haben halt grad ne Besprechung. Und deswegen können wir grad schreien. Wo fahr ich hin? Möropark an der Tankstelle. Weiß nicht. Okay, super, danke. Ciao. So. So. Ich geb jetzt erstmal die Leitstelle ab. So. Ich hab mir schon gedacht, dass wir das Taxi hätten. Das ist gar kein Hund. Ja, trinke ich. Das ist mein Hund. Hallo? Gar nicht. Doch. Den hast du nur wieder aus irgendeinem Kopf herum geklaut. Guck doch auf die Marke. Der hat keine Marke, der ist doch kein Sheriff. Doch. Nö. Der hat eine Hundemarke. Hat hier. Nö. Doch. Du bist ein Verräter. Du bist nicht mehr mein bester Freund. Wow. Ja. Toll. Super Gespräch. Danke. Ja, nimm mal Stellung dazu. Was hast du mir getan? Ja, nix. Ja. Und das ist es nämlich. Du bist die ganze Zeit dem Superstar mit dem Superbusen hinterher gerannt. Und ich bin dein bester Freund. Aber sie... Und als sie mich doof angemacht hat, hast du zu dir gehalten. Aber sie... Ich hab auch gar nicht gesagt. Ja, eben. Das ist ja sowas wie zu, zu dem halten. Aber, aber du bist so stark, du kannst deinen Krieg selbst verändern. Wenn du Beef hast. Soll ich Ouji-Toast in die Fresse hauen? Dann krieg ich Ärger von Twinkie. Wenn die nicht mehr auftreten kann. Weil sie keine Zähne mehr hat. Ja, und? Soll ich ja in die Fresse hauen, dann krieg ich auch Ärger von Twinkie. Du kannst sagen, so Pina, das ist gar nicht so, wie du sagst, so blöde Kuh. Und dann na 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 na. Und dann rennen wir weg. Und ich bin allein weggerannt. Und ich bin ausgerutscht auf meinen Tränen. Und ich bin hinterhergerannt, aber du bist weggefahren. Ja, ja, ja. So. Würde ich jetzt aussachen. Und ich hab dich überall gesucht. Ja, deshalb klaust du im Krankenhaus von meinem Auto, ne? An der Tankstelle. Hast du wohl, hab gesehen, wie du damit weggefahren bist. Ja, ich hab's zurückgefahren. Aber es ist trotzdem klaust. Nein, ich hab's geliehen. Ohne Bescheid zu sagen. Ist klauen. Du hast mir nicht zugegeben. Okay, alles klar. Ja, weil mein Herz gebrochen war. Mein Herz war auch gebrochen. Und dass du unsere Freundschaftssambilder nicht mehr kriegst, zeigt mir schon alles. Das hat einen ganz anderen Grund. Ja, wurdest wieder ausgeruht, ne? Nein, ich laufe mit meinem Freund Jasper rum. Und wir sagen einfach, wir sind gerade angekommen. Wir haben schon 20.000 Dollar gekriegt. Das glaubt dir doch keiner. Ganze Stadt kennt dich. Ja, aber die kennen nicht mein Handy vor gefertigten Sprachmails. Zeig mal. Ich wohne in Oklahoma. Woran wollen die das wissen? Doch, das funktioniert. Und was sollen die dich fragen? Wie geht's dir? Danke. Darauf sagt man nicht Danke. Na und? Ist mir doch egal. Das funktioniert nicht. Und was, wenn jemand fragt, was du hier machen möchtest? Business. Ich hab ganz viel vorbereitet. Das klingt wie die Frau im Handy, wenn du da was eintippst. Ja. Meinst du Sirene? Ja. Ja. Das ist nur eine andere Stimme. Ja. Die Idee hast du von mir. Ja. Und ich hab die Weise genutzt. Du brichst mein Herz. Du trittst unsere Freundschaft mit Schuhe und dann klaust du mir noch meine Ideen. Ja. Weil die Idee super war, weil ich dich verehre, weil wir Freunde sind, aber du bist eine Sikke. Von mir. Das ist mein Bauer. Bestimmt. Ich kann ja nicht mehr bewegen. Ich kann ja nicht mehr bewegen. Doch. Und er versteht unsere Sprache. Ja. Ein bisschen. Du hast mir wehgetallen. Du hast mir wehgetallen. Nur wegen dem Superstar. Aber Schummelei. Jetzt komm mal mit dem Superstar-Gerede runter. Er war da offensichtlich zwischen zwei Besten. Du bist parteiisch. Du bist Superfan von Olde Toastie. Er war doch aber auch ihr bester Freund. Ja. Ben. Ben. Ich bin. Er ist doch auch ihr bester Freund. Daran solltest du vielleicht auch denken. Ich kann ja nicht entscheiden. Warum? Ja, das ist wie wenn man fragt, magst du Papa oder Mama lieber? Ja, Papa. Genau. Papa. Na, ich mach beide. Aber nicht beide gleich. Bin ich jetzt ein Arschloch? Ja. Nein. Nein, bin ich nicht. Du musst immer eine Seite wählen, sonst bekommt die Stimmen, sonst bekommt die Partei mit den meisten Stimmen deine Stimme, wenn du nicht voten gehst. Das wäre wie wenn ich entscheiden müsste zwischen euch. Ja, das ist doch ganz klar, dass du mich wählst. Gut zu wissen, Speckbäckchen. Gut zu wissen. Aber wir sind doch Männer, wir haben doch viel mehr gemeinsam als du. Ich meine, okay, du kackst auch bei offener Tür. Und du pinkelst auch im Stehen. Und du rülpst und du pupst. Okay, das ist echt schwer jetzt. Aber danke, Speckbäckchen. Ach, jetzt bist du sauer auf mich, ne? Ja, weil scheinbar dreht deine Welt sich nur um dich. Meine Welt dreht sich um dich. Ne, das merke ich. Doch. Mhm. Das würde ich mich nicht jeden Tag so schick machen. Sag's aber, er soll sich für dich entscheiden. Ja, wenn bei OG Toasty und mir, ja, für mich. Ja, aber... Und bei uns hast du gesagt, für dich. Ach so, das habe ich falsch verstanden. Falsch verstanden. Habe ich auch. Boah, jetzt fang du auch noch an. Dann fahr ich aber gleich springen von der Brücke. Da habe ich dich übrigens gesucht, weil die Frau im Park gesagt hat, du springst von der Brücke. Wollte ich auch. Wir sind alle abgefahren. Ich wollte zum Bungee jumpen. Boah. Ich meine, wo? T-Rex hat mich aufgehalten. Ja? T-Rex. Ist das? Ach, so eine komische Alte. Ganz komische Freunde hat. Ich habe mir neue Freunde gesucht. Ähm. Ähm. Und... Ich kann mich aber nicht entscheiden. Für was? Zwischen euch weinen. Und das mache ich auch nicht. Zwischen wen? Na, euch beiden. Twinkie und Peanut? Ja. Musst du doch gar nicht. Mach ich auch nicht. Mit. Sag dir auch keiner. Aber... Aber wenn deine blöde beste Freundin sagt, ich bin immer frech und ich bin doof und so, und dann weine ich, dann musst du mir helfen. Dann solltet ihr das vielleicht auch noch mal klären. Aber ich wollte... Ich wollte das mit den Spielen klären, aber das ging ja nicht. Das kläre ich auch mit der, wenn ich die sehe. Aber die sind super star mit super Busen. Ihr habt richtige super Busen. Dann gehst du doch eher einen super Busen. Nee, du hast einen super Mega Busen. Ja, das ist doch ein Riesenalter. Guck nicht auf. Hey. Entschuldigung. Ja, ja, es war... Wenn man drüber spricht. Guck dann nicht hin. Reicht schon, wenn du immer durch ein Loch guckst in die Wand. Was? Weil wir am Rammeln sind. Ähm. Okay. Mein Auge ist so gut. Vergeben, vergessen, verloren, verzeihen. Warum? Weil ich lebe. Warum bin ich frei? Okay. Also ist wieder gut. Ja. Aber mach ich nie wieder. Ich hab geweint wie ein... Rotze... Rotze... Rotze Wasser hab ich gewollt. Ja, weißt du was? Ich hab die ganze Zeit geschaffen bei meinem Opa, Hasepeda. Hasepeda ist dein Opa? Ja, irgendwie schon. Aber nur wegen der Adoption. Das ist jetzt irgendwie mein Opa. Und weißt du was? Die Frau von Hasepeda ist... Warte mal, warte mal. Wohnt der jetzt auch bei uns? Nein, noch nicht. Abwählen. Der wohnt in der alten Wohnung. Der darf Haschisch nicht beißen. Ach so, ja, die muss das so sein. Bei uns ist auch keine Wohnung mehr frei. Wo sollen wir noch hin? Ja, bei mir. Der wohnt entweder beim Pinsel oder der kann auf dem ganzen Gelände rumtoben. Ja, stimmt. Und bauen wir eine Hundehütte. Wir bauen eine Hundehütte. Willi macht doch eh die Scheiße weg. Das stimmt. Godzilla? Der heißt doch gar nicht. Der ist tot. Oh, der ist so dumm. Was hast du dem zu essen gegeben? Der ist tot. Ähm... Twinkie, der Hund ist tot. Hilfe. Ja, Scheiße. Also, ehrlich gesagt, schon lange nichts mehr. Der war immer in der Bude und ich dachte, wenn er den Napf nicht mehr frisst, gibt's nichts Neues. Der ist tot. Der atmet nicht mehr. Der Tierarzt? Die nehmen dir den weg, ne? Nein. Dann ruf nicht den Tierarzt. Du hast den einen vorliegen lassen. Wir müssen den beerdigen. Toll. Twinkie, mach Mund-zu-Mund-Beatmung. Nein, ganz sicher nicht. Ich habe eine Hundeallergie. Rette meinen Mund. Los, Twinkie. Ich habe eine Hundeallergie. Du kennst dich aus mit Tieren. Oh mein Gott, das ist ja Männchen. Dein Papagei hat zwei Wochen überlebt. Das ist ein Rekord bei dir. Ich habe eine Hundeallergie. Passiert nix. Oh nein. Oh, er lebt wieder. Oh, guck dir die süße Schwänzchen an. Das sagt Twinkie bei mir auch immer. Wisst ihr, dass ich dem Clown beigebracht habe? Gar nicht. Als er in der Bude war, habe ich dem Sachen beigebracht. Ja, sag dir mal, dass ihr den Kofferraum durchsuchen sollt. Los, Godzilla, schnüffel den Kofferraum durch. Godzilla, schnüffel im Kofferraum. Und wenn er einschlägt, ist was drinne? Wenn er bellt, ist was drinne. Und er hat recht. Babanska ist so wahndräglich. Und wenn er nicht bellt, dann ist nix drinne. Aber warte mal, wenn Twinkie eine Hundehalle hat, darf der nicht bei uns wohnen. Lass dich impfen. Oder sieh so eine Maske an. Ich habe Leute schließen. Ich muss mal ausdrücken. Hab ich schon, letztes Mal. Aber wenn er beim Pinsel in der Bude wohnt, dann auch? Ja, soll er doch da wohnen. Er soll mir nur nicht zu nahe kommen. Sonst muss ich ihn wegtreten. Nein, der wird nicht getreten. Nein, Tiere werden nicht wehgetan. Es geht hier um meine Hautbläschen. Nein, guck, der geht schon weg. Der hat verstanden, was du gesagt hast. Ich würde nicht zu weit weg gehen, sonst nimmt Twinkie Anlauf. Und der heißt Godzilla. Der heißt Godzilla. Der kann Sitz, Platz, stell dich tot und bellen. Und noch mehr Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Kann ich rock'n'roll? Kannst du tanzen? Godzilla, tanz! Wenn er jetzt... Der kann den Elvis Presley. Das war super. Das hast du gemacht, Godzilla. Hier kriegst du... Eine Schraube. Oh, Käsekuchen. Aber das ist nicht so ein Hund, der einfach immer überall rumrinnt, ne? Eigentlich, ähm, weiß der. Also der kann auch alleine. Aber meistens ist er mit mir zusammen. Aber der kann ruhig alleine. Warum? Weil sonst andere Hunde den beißen. Du hast... Du hast meinen Hund noch nicht beißen sehen. Wie? Der springt dir ins Gesicht und beißt. Dann hau ich dem in die Fresse. Ja, aber ich meine, der ist sehr stark. Der stark? Ja. Der hat ja spitze Zähne. Ah. Feilst du dem die Zähne? Weißt du, ob er noch Milchzähne hat? Mach mal. Nee, der hat normale Zähne. Nicht so wie der Beefy vom Park. Der kleine Junge, der immer fleisch isst. Der hat noch Milchzähne, obwohl der schon 45 ist. Ich brauche Milchzähne. Achso nicht. Ja, ich habe die mal wieder reingedrückt, als sie rauskommen, fallen, aus die Faust fallen wollten. Oh mein Gott. Boah. War das Godzilla? War das böser Godzilla? Aus. Böse, böse Hund. Nein, nicht. Hau. Hast du meinen Hund? Nicht. Nein, Twinkie. Was denn? Der muss doch leer. Du darfst mit der Peif nicht in die Luft klatschen. Der macht noch keine Kunststücke. Aber du kannst ihm das beibringen. Ja, das habe ich dem Froschen auch beigebracht. Weißt du, warum hat Hashi schießt denn? Der kann jetzt durch einen Feuerreifen springen. Aber Hashi liegt auf dem Rücken. Der lag an der Wasseroberfläche. Ja, ich habe es hier sehen. Irgendwas stimmte mit Hashi nicht. Ich glaube, der hat geschlafen. Ja, geschlafen. Irgendwie hatte der auch so komische Abdrücke am Bauch. Jetzt hat man dem mit irgendwas gehauen. Ich wecke den nachher mal. Hau das. Wir sind Fragen für euch, versteht ihr uns auch? Ich gucke mal nachher, wenn wir nach Hause fahren. Okay. Das ist eine gute Idee. Sollen wir Feierab machen und dann gehen wir zu Cody's was essen? Okay. Oh geil. Da gibt es gleich Pöppchen. Was denn? Nichts, ich habe Husten. Das ist doch kein Husten mehr. Das ist das Jack-Syndrom. Ach, gib Ruhe. Ah, geil, so. Nochmal. So. Oh mein Gott, ist der Feste. Und nicht immer auf die gleiche Stelle, du blöde Kuh. Oh, geht wirklich. Warte mal, wir können eigentlich mit dem Taxi da hinfahren. Déjà-vu. Das war ein Drift. Das war ein super Drift. Ja. Super Drift mit super Bösen. Weißt du was, Penzel? Weißchen. Twinkie und ich, ne? Oh mein Gott. Weißchen. Twinkie hat eine Xbox, ne? Und eine Playstation 1. Was haben die geschockt? Da haben wir Geister gemacht wieder. Das ist mega gruselig neu. Neu, neu Update. Welcher? Ach so. Ja. Und wir haben noch ein Update mit zwei neuen Geistern. Und die sind voll schneller geworden jetzt. Dann, ähm. Also ich habe keine Angst. Ich habe aber halt auch nie wieder Zeit. Was? Wir haben keine Angst. Vor so, so was. Wohlen. Nein. Doch. Hm, hm. Ich habe nur keine Zeit. Sonst würde ich nicht stimmen. Ja, ja, ja. Du hast immer Zeit. Du hast ja auch keine Freunde. Hier ist mir im laufenden Band. Darf ich doch ein Ziller mit rein? Warte doch die Türen zu. Mist. Darf, dürfen wir Hunde da rein? Das. Was ist denn das für eine Rasse? Ein Tariaki. Du bist ein Tariaki-Hund. Die sind super gefährlich und die sind giftig. Jetzt sind wir überall rum. Oh, gute Idee. Wenn die beißen, fällt dein Fuß ab. Der ist voll langsam. Der kann doch schneller. Oh, hier ist ja viel los. Fliegt halt irgendwas heute an. Wat? Das ist eine Schlangehund. Da musst du die anstellen. Was schießt sie? Wat sagst du da zum Godzilla? Hallo, willkommen bei Kodische Umstellung, bitte. Sieht doch nicht aus wie ein Dickhäuter. Doch, das ist der Heinz-Guzilla. Entschuldigung, gibt es etwas umsonst? Nein. Wo hast du denn her? Ich bin schon auf dem türkischen Bazaar hier. Hier gibt es nichts umsonst. Bitte. Nein. Ist der selbst gezüchtet oder ist der aus dem Tierheim? Das ist ein Tariaki. Tariaki? Ist das nicht irgendwas, was man essen kann? Nein, das ist eine Hunderasse, die ist giftig. Giftig? Ja, wie Schlangen. Wie Efeu oder so? Giftig wie Schlangenbiss. Wie ein Schlangenbiss? Ja. Will ich schon mal gebissen werden? Ob ich schon mal gebissen werden wollen würde oder was? Möchte ich schon gebissen. Wir werden schein. Hallo, Honi. Nee, danke, du. Ja, hallo, Suppi und Sä. Hallo, Ena. Ein Schuh. Ey, Kollege, ich kenn dich doch. Du warst doch immer in Kohleneinrohken. Wo war ich in Kohleneinrohken? Du bekommst nicht aus Luzang, das ist Söckmann. Frau, kommen Sie ruhig vor. Die bestellen hier noch nicht. Du kommst da aus Washington oder so. Ja, irgend so was komisches. Ich bin schon überall auf der verrückten, verkackten Welt gewesen. Und überall dreht sie es gleich schnell. Die Uhrzeit ist auch fast nicht. Pass auf, der ist giftig, nicht streicheln. Warum? Der ist giftig. Wie weg ist es mein Wunder? Weil das ein Teriyaki ist. Das ist ein Teriyaki, ein Teriyaki. Nein, Teriyaki. Das ist ein Teriyaki. Das ist der einzige Hund auf der Erde der Giftige. Das ist okay. Ich setze mich der Gefahr aus. Hi. Jo, schönen guten Abend. Hier mein Telefon. Pass ihn einmal an und dann beißt ihr Finger ab. Ich habe ihn trainiert. Hallo. Ja, versuch doch nicht. Oder wir gehen Eis essen. Hi, Twinkie. Oh, Ru. Aua. Aua. Hallo, Roni. Gut, die kommen dann gleich vorbei, wenn ich den Tirappel hier habe. Der ist bei Olga kurz. Oh, guck mal, wie süß die sind. Was, was stimmst du? Die Total Check muss von Cody bestellen. Ja, ich rufe gleich zurück. Bis später, Peter. Ich finde, die Couch hat schräg lagen, wie die Titanic, als sie untergegangen ist. Ja. Das ist aber nicht schlimm. Das ist aber nett. Das ist aber nicht schlimm. Dein Ohr ist dreckig von innen. Das musst du nachher sauber machen. Musik? Ja, können wir auch nicht reinspucken. Nein, mit so einer Ohrenkerze. Wir machen einen Tausch. Haben wir die noch? Ich habe keine gesehen. Ich habe den. Ich habe mich versteckt für mein Geburtstagspolter. Scheiße. Der hat mich hier ziehen lassen gerade. Fenster auf. Ach so. Kommt ihr morgen auch auf die Evap Oldschool Party? Ey, scheiße. Ich habe nichts Problem. Ich habe nicht meine Tasche dabei. Wo? Weiß ich nicht. Ja, ey. Ist morgen nicht auf die Boxen gekommen? Scheiße, da ist ja keiner da. Kann jetzt auch schlecht sein. Tragen wir mein Essen bis nachher rum. Immer Party und Boxen. Party und Boxen. Warte. Warte, 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 warte. Aber letztes Mal war die geil, die Oldschool Party. Ja, das ist richtig gut. Und jetzt? Dann geht's so. Na, nicht bei der, wo ihr dabei wart. Da war noch nur eine. Da wart ihr nicht da. Da haben die wirklich richtig einen Oldschool-Sach gemacht. Wie die Toon Park und so. NWA und so. Genauso wie der Carlos, der Berliner hier. Oh. Aua. Twinkie, willst du nichts bestellen? Ja. Gleich mit den Püppchen, ne? Ja. Du hast aber einen Dickel-Tee. Oh Mann, und jetzt nur noch mit dem Ruhm im Motorradhahn. Komm, du, du, da. Nein, du, da. Können wir mal zurückzustecken? Nee, der Mann, der andere. Du kannst doch bestimmt Vögelküchen aufbauen, ne? Küchen? Wie kommst du denn da rum? Wie geht's denn Schwedisch? Oh, da hast du ein toter Hund. Ich kann dir eine Taube machen. Oh, da nimmt der wieder. Ja. Oh, gut. Ja, ne? Ja, nicht mal so einfach. Kauly, wann gibt's Püppchen? Äh, um zehn. Wie immer. Miesepeter. Was denn, Miesepeter? Guck mal, der Hund, das ist ein Teriyaki. Ja. Giftig. Der ist giftig. Giftige Hunde? Giftzene, ja. Wir haben engstisch. Der spuckt Gift. Okay, dann, nö. Dann kriegt der auch kein Tierleckerli-Burger. Wir haben, hat er schon gekriegt. Wir haben extra eine Schlange gewirkt, damit wir das Gift kriegen. Und das haben wir dem in die Zähne. In die Zähne reintan. Ja. Er meint ja nicht, dass er noch selber da dran drauf geht, der Kleine. Warum siehst du eigentlich so aus? Also, ähm, das ist ein Kommissast hier. Okay. Mit dem mach ich heute Abend erstmal den Boden in die Küche sauber. Was? Und dann tu ich den Stock da dran und dann schieb ich den so durch die Küche und mach den Boden sauber. Das ist ja dann ein Mob. Ja, ja. Wenn du mir noch eine Fackel in die Hand drückst, wäre das auch ein Mob. Also, wenn's mehrere wären. Ja, und wenn du Klaus bist, ist der Mob Dieb, die Rappergruppe. Uno, momento, per favor. Si? Si. Hallo, Brathähnchen. Warte, jetzt. Oh, ich mag Brathähnchen. Was? Äh, äh, Jason, ich glaube, der ist bei diesem Destruction, der wir ihr Döns. Komm mal, Gutzel, ich hab was für dich. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich musste mir eben nur fünf Milchecks hintereinander erinnern und hab jetzt so einen fetten Kugelbauch wie so ein armer, kleiner, afrikanischer Junge. Nee, ich hab ja noch voll den Scheiß. Nee, kein Mobbing. Nein, nicht sterben. Ich bin so in 10 Minuten da, Digga. Wach auf. Ich sag's dir, verdammte Unterallergie. Krieg Bläschen an der Haut. Cody, wir sehen uns vielleicht später noch. Und der kuschelt nur mit dem Unterhinein. Nein, ich hab dem Meatballs gegeben. Aber ich hab keinen Platz. Und mir kommt der Schoko mit. Ich kuschel nicht mit. Geh bloß weg, geh weg. Warum? Komm, ne. Also, morgen wieder. Ich hab nicht gekuschelt. Wer ist ja spitz. Hi. Wer ist ja spitz. Oh Gott, oh Gott, geh mir weg, geh mir weg. Trinky, ich hab nicht mit dem gekuschelt. Auf Abstand, Sicherheitsabstand. Ich hab dir nur Meatballs hingeschmissen. Eine Armlänge. Nein. Ich hab keine Hundehaare. Du bleibst schön da. Ich hab doch... Genau. Ich hab doch keine Hundehaare. Du hast sie zu dir gekniet. Der kann sich wohl machen. Naja, aber ich hab dir nur die Dinge auf den Boden zugerollt. Und dann fliegt einer auf dir und ich berühr einmal deinen Hose oder deinen Hemd oder so. Und dann geht er los. Nein, passiert nix. Ich hab keine Hundehaare. Ich geh lieber auf Nummer sicher. Aber ich will kuscheln. Komm her. Ja, warte. Wir machen schön aus Entfernung. Oh. Nein. Ohne Entfernung. Ent, Entfernungskuscheln. Das geht gar nicht. Oh, du bist so ein Toller. Oh Gott, oh Gott. Ich hab doch keine Hundehaare an mir. Oh Gott, ich merk das schon. Mir geht die Luft weg. Ach, Quatsch. Das ist das Zebo. Du bist eine Spinnerin. Und das klang echt schrecklich. Entschuldigung, siehst du hier die Maskottchen von diesen Daten oder so? Das würde echt gut passen, wenn sie werben machen. Oh, die Klappe. Was sagst du? Warte, ich wollte nur fragen, ob sie Werbung für den Laden machen. Ist das der Rote? Alle Ehre. Was ist der Rote? Was? Was bist denn du für ein Hampe-Mann? Warte, ich wollte nur fragen, ob sie Werbung für den Laden machen. Nee, machst du Werbung fürs Dummhaus? Gelegentlich. Das Bessere ist, dass sie es ihnen nicht eingefallen. Really? Ja, aber das hat doch gereicht, um dich zu brechen. Naja, und zum Lachen, zum Regen auf jeden Fall. Ja, ich will wenigstens noch jemanden bei so Spaß haben. Das in eurem Schuppen Clowns arbeiten, wusste ich ja vorher schon. Ja, siehst du? Ja, aber dass sie selbst jetzt die Quote erfüllen mit dir? Vorsicht, weg von der Tür, wenn ihr euch streitet, um dich zu essen holen, dann streitet sie mich. Vorsicht, Vorsicht. Bist du was zu essen holen? Ja, warte. Vorsicht. Nein, bleib doch mal stehen, bleib doch stehen. Twinkie, schmal, weil die ganze Zeit neben dir. Danke, so, ihr könnt euch weiter streiten. Nee, streitet euch weiter. Ich weil die ganze Zeit neben dir. Jetzt hab ich meinen Platz in der Schlange verloren. Nein, hast du nicht, die sitzen noch mal auf. Komm. Platz da, hier kommt Twinkie im Mazda. Wir sind Twinkie im Mazda. Meine Frau, siehst du? Oh Gott, ich merke schon, wie sie sich bilden. Jetzt ist es auch zu spät. Gott, lass uns spät, dass da nichts rauskommt. Ach du Scheiße. Kannst du mich wohl heute überall einkriegen? Ich hab ich weg hier. Was? Was? Musst du mich heute wohl überall einkriegen? Das kann ich Ihnen bringen. Ja, wir wollen Püppchen im Nü. Das hat mir genau ins Gesicht gebracht. Ich brauche Sprechenfiguren. Ich brauche das gar nicht, du rotzinsicke. Schnauze, du schnipschneid. Was hat die gesagt? Zu meiner Frau? Ich bin verletzt. Ich laufe bei dir drüber. Jetzt mal bevor ich mein Kleid runter. Dein Kleid ist hässlich. Du hässliche kleine Missgeburt. Fick dich. Oh mein Gott. Das kann der wohl nicht. Na gut. Wahrscheinlich wollte er seine Frau treffen, aber mit dem hustet ihr auch nichts. So, wer hat die Actionfiguren hier? Sagt er ja, die sollen nicht so frech sein, sonst hau ich die weg. Also zwei Menüs, random Menüs? Genau. Ja, mach einfach irgendwas. Yeah. Deine Kinder darf man halt nicht ärgern. Jetzt hab ich mich vorgedrängelt, Hanni, oder? Doch, alles gut. Achso, alles nicht. Ich nehme Schinken für 30 Dollar. Hallo. Ihr frisst doch das ganze Lager leer. Halt deinen Maul. Mach doch selber deinen Mund zu. Dein Schwanz guckt unten raus. Ja und, bist du noch leidig? Schinken-Sandwicher ohne Brot? Ja, ich nehme Schinken-Sandwicher ohne Brot, bitte. Dankeschön. Ja, mit extra Schinken. Ja. Ich hab wenigstens Mut zur Offenheit. Ja, ich bin auch, die nehmen Schinken und wirklich, also machen oben und Schinkenrand. Als Brot, danke schön, cool. Komische Leute hier. Ja, ja. Das ist echt gut, was die so flexibel sind. War ich mal angerufen? So, ein Cody-Sandwicher, oder? Kann ich ja Bibo-Husnam-Verdad, wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Hallo, Katie. Und was Bestimmtes? Ja, der Stern von Nostantos ist aufgegangen. Ich bin endlich da. Ja. Ich bin gerade bei Cody im Karten, wir sagen, und ein Aktionsmenü. Halt, Jiggy. Halt, doch. Deine Frau hat schon ein Püppchen-Menü haben. Ja, ja, deine Frau hat ja schon für dich bestellt. Auch für mich auch, okay. Ja, ja, ja. Kannst du dich hinsetzen. Komm, gib weg, du laufendest Experiment. Und hat ja nichts getan. Der hat mich geagert, Twinkie. Heinz. Und das sind deine Freunde. Ach, so ein Stich, Magine? Nein, das bin ich meine Freunde. Ja, komm. Pinsel schiebt Twinkie mal zurück auf. Ja. Mein Gott, ey. Wolltest du mir um dein Shirt gucken, oder was? Danke, dass du für mich mitbestellt hast. Kein Problem. Oh, Mann. Ja, das finde ich gemein, das ist der Carrister, Junge. Hä? Du, Tanif, lass es doch so verraten. Lass mich doch, dieser Satz. Ja, und da guckt der Pullermann drauf. Ja, dich beleidigt, Twinkie, ne? Darf ich dir geschehen? Ja. Richtig so. Du musst ja aufpassen. Hä? Aber du hast du noch online, dass da noch nicht verfügbar sind. Gestern waren sie noch 34 und davor 42. Ich glaube, die Leute stehen nicht mehr so auf Püppchen. Kein Schlange. Und vielleicht haben die die schon für diesen Monat. Na? Hallo, ich habe ihre Bestellung. Dann will ich hier nichts kaufen. Ja, subi. Yeah. Yeah. So. Kommen Sie beide bitte mal kurz mit. Sonst habe ich, glaube ich, hier einen Langfinger, der die Actionfiguren klaut. Wer macht denn sowas? Na, ich. Na, mein Mann. Bleib da. Ich bin der andere, der kommt. Ich wusste nicht, was für ein Menü. Also habe ich mich einfach für ein Raupen-Menü für Sie beide entschieden. Ich glaube, das passt. Ich habe gesagt, random Menü und Actionfiguren. Nein, Püppchen. Ja, ist doch dabei, Martin. Meine Fresse. Warte, willst du? Ja. Hey. Mach gucken. Ich habe schon da. Kannst du mal bitte weggehen? Ich wünschte dir die Püppchen ausgeben. Und? Dann gibst du doch weiter. Was ist denn? Du bist denn so schwer da dran. Ja, 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 ich kenne dich, Kollege. Hallo, Enkel, hallo. Ich kenne dich, Mr. Möller. Super. Ja, und zack da. Sag mal, bist du neu im Bürgerwagen? Ja. Kann ich jetzt auch meinen? So. Sie haben noch gar nicht bestellt, Junge. Ach komm, erzähl ich nicht. Ich habe für mich bestellt. Ja, Sie ja. War nicht der Herr Püppchen. Ja, warum wollen wir wetten um ein Kodi-Menü? Ich glaube, ich habe Ihrer Frau ein bisschen was dazugegeben. Nicht schlimm. Wir teilen. Der zweite in die Rechnung. Ich schmeiße einfach die Rechnung hier rein. Das macht dann 2.000 Dollar. Das macht 3.000. 3.000. Vielen Dank, der Herr. Vielen Dank. Eine Sekunde. Ich bin noch nicht so geübt damit. Wir zwei. Ich muss euch gleich noch was erzählen. Nein, nicht ich. Mein Mann sagt. Nur ein Scherz, Junge. Mojana Klassen. Du warst 3.000 Dollar ein. Dankeschön, Bernd. Dankeschön, Mr. Burger. Ich habe gezahlt. Super. Oh Gott. Na komm, du lustig, weil das jetzt auch nicht. Hast du dein Püppchen bekommen, Twinkie? Ja. Ähm, ich muss euch noch was erzählen. Was denn? Also, ja. Am 5.6., das ist in zwei Wochen oder so, da hat er gefragt, ob ich mit Oji Toasty ein Vita mache. Und dann soll ich mit Oji Toasty zusammen worken. Mensch, ich bin zu fett geworden. Du bist ja doch breiter als der Typ, der jetzt ist. Na ja, warte mal ab, was der da sagt. Am 5.6., das ist ein Samstag. Und da sollst du auftreten? Ja, da soll ich auftreten mit Oji Toasty. Ja, dann mach das doch. Dann muss ich den auch fragen. Ja, danke, Sir. 1.000 Dollar? Ja, geht auf Haus. Nee. Oh, Mist. Und Twinkie, bist du sicher, dass es noch ein Boxerkampf ist? Hier. Was? Danke dir. Danke. Ist morgen wirklich ein Boxerkampf, bist du sicher? Wir standen auf Juli. Soll ich mal, um keinen Bock zu laufen? Chef Cody, bitte hilf einmal. Chef Cody. Soll der laufen, der Spargel tat sein? Ja. Ist morgen ein Boxerkampf? Ja. Muss man wieder Ticket kaufen? Ja. Ist ausverkauft. Ist schon ausverkauft? Ist ausverkauft, ja. Nö. Doch? Nö. Doch. Ich komm trotzdem rein, ich kenn den Managa. Den Managa? Ja. Meinst du? Ja. Ich möchte auch so gucken, wie du und Twinkie bestimmt auch. Warte, ich dachte, du hast Streit mit denen. Mit wem? Oh, mit dir. Ja, genau. Mit dem Managa nicht. Glaubst du, die Bilder, nachdem du da reinkommst? Weiß ich nicht. Hast du den nicht schon mal gesehen? Wenn ich nicht mit Peanut kommen darf, komme ich mit Curtis. Den. Den Managa von OG Toasty oder was? Ja, dem Beefy. Beefy. Ach ja, Beefy. Äh, ja. Ich will aber auch, ich war bisher bei jedem Kampf, aber ich will auch so gucken. Hm. Kann ich auch? Ich gehöre jetzt. Das wird Ziggy klären. Ich gehöre doch zum, ich gehöre doch zum Team. Wir gehöre zum Inventar. Ich mach doch Werbung. Genau, und ich tanze immer. Hm. Und ich mach mit dem Burgerkopf. Und wir benehmen und so. Und ich mach doch mit dem Burgerkopf zusammen. Hm. Warte mal, ich quatsch mal mit Ziggy, ob der noch einen Job für euch hat oder so. Für den Abend, dann werdet ihr ja Mitarbeiter. Warte mal, Jeff Cody, warst du denn mit hinter der Theke ein bisschen? Weil letztes Mal kamen da ganz viele und haben noch getroffen. Jetzt machen wir das Unicorn jetzt, die, äh, da Getränkehörn zu verkaufen schon. Mann! Hm. Habt ihr eine Idee, was ihr machen könntet? Was ihr könnt? Ich, ich kann. Könnt ihr gut Witze erzählen? Ihr könnt jetzt so eine kleine Halbzeitshow mit Witzen machen. Nicht auch wie ein Clown, hab ich eine rote Nase. Hm, weiß nicht. Aber Twinkie möchte sich das bestimmt auch mal angucken. Oh, ich wollte. Danke. Hm. Ja, warte mal, ich schreib mal, Ziggy, ob der eine Idee hat. Willst du denn nicht so gucken, Twinkie? Weiß noch nicht, du. Oh, die Toastie ist vielleicht auch da, ne? Ja, soll ich mir anschauen, wie ich euch beleidigt? Mein Lieblingsstar und mein Mann. Und ich. Also ich wäre auch dabei. Oder merkst du im Bauch schon wieder, dass du morgen durchfallst? Ne, keine Ahnung. Ohne dich geh ich auch nicht, dann zocken wir Playstation 1. Oh nein. Dann geh ich allein oder war ich? Kannst du doch mit Godzilla gehen. Schmuggel den rein, tu dir den auf den Kopf, sieht denn aus, als hätte ein Afro. So, ihr sucht einen Job, hm? Ja. Hallo. Ihr bekommt drei Tickets, wenn, also ich hab gehört, Peanut, du möchtest tanzen? Nein, ich will nicht tanzen. Du hast gesagt, du tanzt immer. Ah ja, ich tanze so, freiwillig. Also, wenn du und Ronny neben den ganzen Tänzerinnen mittanzt, dann... Oh, neben den ganzen Tänzern. Ich darf es nicht, meine Frau verbietet das. Und meine Frau auch. Du würdest dich freuen, du hast letztes Mal die ganzen Tänzerinnen angegraben, Ronny. Oh, aber ich dachte, ich gehöre zum Team mit meinem Burger-Mütze und mit meinem Spang-Shirt, wo ich Werbung für euch mache. Ja, das ist ja für's Cody, soll ich für das Boxen? Genau, das ist ja... Das sind zwei Paar Schuhe. Also, ich kann... Also, ihr wollt nicht tanzen. Warte mal, wenn Twinkie nicht mitkommt, komm, schau nicht. Weißen ja nicht, ob ich komme oder nicht. Dann haut mal was, schlagt mal was vor. Mir fällt nämlich nichts ein. Twinkie, was kannst du gut? Gut aussehen. Genau, wir können gut aussehen. Ja, aber ich wollte doch nicht... Vielleicht könnt ihr ja eine kleine Hundeschau hinlegen. Ja, wir können ihn an den Seil binden und dann durch den Ring so schleudern. Vielleicht kann er ja, weißt du nicht, so... So... So ein Burger oder so, und der muss herausfinden, bei wem der Burger ist. Nein, der Hund kann tanzen. Ja? Ja. Ja, schön. So... 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 Nicht, Twinkie! Der hat doch Angst... Da, guck, der Tanz, der twerk. Okay. Ja, wir machen eine Hunde-Performance. Ihr macht mit dem Hund, plant ihr eine kleine Hundeschau, und dann könnt ihr in der Halbzeit eine Hundeschau machen, dann kommt ihr alle drei und der Hund rein, umsonst. Der muss dann aber durch brennende Reifen springen. Ich weiß gar nicht, ob ich den wachkrieg morgen. Ja, der frisst immer Schlaftabletten. Ja, ich mach dem ins Essen. Habt ihr noch einen Plan B, weil es... Weil es irgendwie abhaut. Bis 19.30 durchbrennen kann. Dann springe ich durch den brennenden Reifen. Ja, okay. Ja, gut. Können wir mal machen. Spukfeuer. Oh, okay. Ich spukfeuer. Noch besser, noch besser. Ich spukfeuer. Die Twinkie schluckt ein Schwert. Ja, das kann ich auch. Die könnt... Ja, ja, doch. Das hört sich... Ja, ihr macht eben eine kleine Show, und dafür kommt ihr drei rein. Eine kleine Show. Der Pinsel wird in der Mitte durchgesinnt. Ich sammle Geld im Hut. Wenn ich schwert, ich meine... Überlegt euch was. Oder ihr macht einen specialen Schwergewichtskampf. Peanut gegen Twinkie. Hi. Ja, warum nicht? Nein, das ist für die Niedrigung, wenn ich verliere. Aber die sollen uns durch die Zäune einreißen, ne? Überlegt euch was, so eine Zwei-Minuten-Show, und kommt dann später oder morgen auf mich zu. Okay, wir sagen dem Morgen nur mal Bescheid. Wann ist das wieder? Elf Uhr? Ja, genau. Elf Uhr. Kommt dann von neun bis elf in den Laden rein. Da muss ich meinen Frostgramm auspacken aus dem Winterfrohrkraft, damit die Twinkie das schlucken kann. Also zwei Minuten. Das schlade, Dude. Ja, gut. Dann haben wir ja einen Plan, ne? Dann könnt ihr morgen kommen, ihr überlegt euch was, und sagt Twinkie Bescheid. Ja, das klingt doch super. Ha, easy. Dann lasst euch das Essen schmecken, ne? Danke. Meinst du, der Hund hat das bis morgen drauf, durch den brennenden Reifen zu springen? Das geht ganz weg. Wenn die Peitsche erstmal brennt. Ich glaub, ich hab ein paar Schieche gefresst. Warte mal, du willst die Peitsche anfackeln? Genau, so hab ich das Anfang mit der Schieche auch gemacht. Was brauchen wir? Ich brauche einmal, wenn ich zehn Sprung und zehn Fickrenbeuer. Da schreien die Menschen nimmer. Da kommt ein anderer Hund. Pinsel. Oh Gott. Oh oh. Teriyaki. Teriyaki. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das ist doch der Hund vom Onkel Dieter. Ich hab keine Ahnung. Meinst du, du kriegst das hin mit dem Schwert? Ja, welches Schwert jetzt? Ja, meins, was ich an der Wand hängen hab. Oh, okay. Ja. Das ist nicht, Manni. Ist das nicht von Onkel Dieter der Hund? Nein. Wer heißt Max? Diszipliniert der ist. Und guck mal, dein Hund. Ja, guck mal, mein. Guck mal, meiner bädelt nicht so offensichtlich. Und das liegt nicht daran, dass er nicht rankommt. Deiner leckt sich aber seinen eigenen Arsch. Ja. Meiner hat einen Vibrator. Also ich meine, der Schwanz, der ist immer wackelnd. Das ist der Schwanz für Gleichgewichte. Die Linksefälle sind so auf die Fresse. Los, Godzilla, fass. Für die Fußruppe. Dann müssen wir ja gleich trainieren gehen. Ja. Das muss ich mich umziehen. Ja, ich geh nach Hause. Was? Gehst du nach Hause? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Die Links hier. Geht du auf die Playstation schocken? Ja, irgendwas. Ist dir so langweilig? Ja, ich geh verloren. Was du da ist, warum? Ja. Heute ist es so. Heute ist es so. Dann komm, fahren wir dich. Ja. Na gut. Oh, sehr großzügig. Ich bedanke mich. Bis dann. Was geht ab, Biggie? Bis, Biggie. Ciao. Fahren kurz Twinkie nach Hause. Biggie? Komm, Godzilla. Kannst du kurz mal rüber? Pensel deinen Hund. Biggie? Hey, ich darf schon meinen Namen sagen. Was mit dem Hund, soll der hierbleiben? Nein. Der hat eine Bürgermaske, ja. Ich geh nach Hause. Zockst du Geister-Playstation? Ich bin doch nicht alleine. Hast du Angst, ne? Ja. Da hast du wieder Schiss in der Box. Ja, das überlebe ich nicht. Ich bin aber überlegen, wenn du einen zweiten Controller hast, gleich noch so eine Stunde, so ein bisschen, aber ich habe Angst. Ich kann das nicht. Ja. Ich habe Angst. Gestern konntest du so. Ja, aber ich habe Angst. Ja. Ja. Hallo, Teddy. Pensel, hast du auch eine PlayStation? Was? Eine PlayStation. Klar. Hast du auch die Dings für Geister? Oh mein Gott. Du überlegst, Geister zu zoggen? Ich weiß nicht. Ich habe Angst, wenn ich da denke. Geister. Ja, Geister. Okay. Ich habe uns ausgetragen, ne? Okay. Okay, lass mal gleich, lass gleich ein Tactical machen. Kommen wir ganz kurz hinter... Das ist dein Auto. Das war knapp. Warum steckst du die Faust in den Mund? Boah, weil sie passt. Was willst du besprechen? Wohin willst du? Ähm... Hallo? Egal. Hallo, Bluru. Hallo, Bluru. Also, ich würde noch ein bisschen chillen, gucken, was abgeht und wenn nicht, gehe ich dann auch noch eine PlayStation mit Twinkie, wenn ein Twinkie loskommt. Ja, ja, ich habe Bluru. Okay, dann können wir es so machen. Nein, ich will, aber ich habe Angst. Oh, ich nicht. Soll ich dir den Sheetcode zeigen? Gibt es gar nicht. L1, L2, R1, R2 hoch, runter, links, rechts. Und das nochmal, dann hast du ein Jetpack. Das ist doch nicht lustig, Alter. Du bist bescheuert. Immer zu... Nee, ich habe Angst. Ja, ich auch. Kein Schritt. Bitte, kein Schritt. Aber ich würde noch gucken, was geht. Okay. Kannst du mich gleich... Kannst du mich gleich noch kurz zu meinem Auto fahren? Ja. Ich muss eben mein Auto noch holen und dann... Ja. Klar, es ist bei Geister immer das Gleiche, aber... Wir hatten schon echt gute... Wir hatten schon echt langweilige Runde, aber auch echt gute. Und Pinsel ist wie ein bisschen Schisser. Und ich auch. Hier wohnen wir übrigens... Oh, was eine Frau. Sie hat weder mal die Stadt sauber gehalten. Oh ja. Ich habe die schon wieder in ihrem Film. Agent Super Twinkies Mouth. Eine Respektsperson sondergleichen. Tschüss, Peck-Peckchen. Und eine tolle Liebhaberin. Und tschüss, Pinsel. Und tschüss, Pinsel. Und natürlich auch meine superbeste Freundin. Die meinst du denn so? Die hasst dich einfach nur. Mach die. Ich versuche die Tür aufzukriegen. Weil ich es zu dick dafür. Ich will nicht preis, ich schnapp Angst davor. Komm, Pashish. Der schläft immer noch oben. Haschish! Wow. Haschish! Der schläft. Der tot? Nein, das ist normal, dass die Zunge rausguckt beim Schlafen. Oh. Dann? Und dass der X auf den Augen hat, wie bei einem Comic. Und dass der Franzose mit einem scharfen Messer neben dem Fröscht steht. Weil er an die Beine will. Ich habe gar kein Franzose. Was hat nur meinen Gedanken? Ansichtssache. Ich glaube, seitdem Twinkie das spielt, ist sie besessen. Wie süchtig. Und besessen. Kommen wir zum Parkhaus hin, dann die Polizei? Ja. Ist das so ein Riesen-Update. Und dann ist sie schlund. Hm. Ich habe die CD-Hülle gelesen. Ja? Von den Leuten. Und es ist ein... Hm-hm. Ich würde so sagen, 20% schwieriger. Ja? Weil wenn die dich sehen und dich jagen, sind die übel schnell. Okay. Und die machen jetzt auch die Schränke auf und so. Und das ist richtig... Richtig ekelhaft. Dann bin ich raus. Was für Schränke? Nein. Wenn du dich in einem Wandschrank versteckst, kommt der und macht die Türen... Oh mein Gott! Das ist doch knapp, Alter. Wow. Dann macht er die Wandschränke auf und so. Also habe ich jetzt die CD keinen Bock. Ich auch nicht. Ich habe jetzt schon gesagt, wenn ich dran denke. Ich bin der größte Chiss-Hase. Ja, ich auch. Und das Schlimmste ist für mich, wenn du verfolgt wirst und du hast keine Waffe, dich zu wehren. Das ist für mich absolut Horror. Hm. Und es gibt ein Neugeister-Ding, die sehen neu aus. Ja. Oh, oh. Ich habe mir fünf. Fahr rüber. Los, piss dich, du Asozialen. Ich meine, Schellen? Ja, der ist nicht stolz. Der... Was hast du gesagt? Geh runter von der Straße. Los. Los. Passier dich. Geh weg. Los, weg. Machst du ein Foto. Warte, ich schiebe ihn. Boah, laber mich denn voll. Multipass-Nabel. Ich steh hier auf den Seitenstreifen. Wo du hingerast? Dann kommt aber morgen wieder weg. Na, ein Mann. Da tue ich euch nicht an. Okay, einmal mit in den Parkhaus. Dummkopf. Dummkopf. Ja. Wir können nur den Shelter einfach entscheiden lassen. Sollen wir ein bisschen mit Pinsel und mit Twinkie-Geister mal wieder spielen? So eins, zwei, drei, vier, fünf Ründchen. Und jetzt? Ich muss mein Auto suchen. Das ist bestimmt oben. Wo oben? Dein Auto steht im Parkhaus. Nein, das hier. Braucht das oben. Das ist oben. Ach so. Da. Oh. Das ist roter. Wie kann man in die Brust luschen? Ja, ich weiß. Abstimmung, Mann. Die pennen doch eher alle hier. Boah, ich hab... Ich mag das nicht, ne? So ein, zwei Runden ist immer okay. Aber danach wird das so volle Psycho-Ding. Braucht man nicht. Die Leute, die wach sind und Tastaturen in der Nähe haben, die haben eh angeschrieben. Hast du Angst in den Gämen? Es gibt Runden, die sind echt, äh... Da hat man keine Angst. Aber ja, habe ich. Ich hab Paranoia vor so einem Scheiß. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß, ich kann sowas nicht. Ich kann auch keine Horrorfilme gucken. Ich hasse das wie die Pest. Dieses Erschrecken so, ne? Ich hasse es, Alter. Okay. Oh, warte, das ist noch offen. Phasmophobia heißt das. Ich glaub, das Logo wird komplett beinahe. Jetzt können wir mal gucken gehen. Und dann, wenn nichts ist... Okay. Ist, lebt der Hund noch? Du weißt nicht. Weißt du, dass ich einen Kaffee mache? Das macht ja keinen Sinn. Oh, was war das denn? Aua. Weißt du, Willi? Was denn das war das? Weißt du, wenn ich diese SMS bekomme, ne? Hä? Dann das Geräusch hält mich immer irgendwie an Rast. An dieses Zein-Dings-Bung, Zein-Tologen-Dinger da. Warte mal, was? Ach, vergiss es, Mann. Also Autos, die länger als sechs Monate da drinne sind, werden... Wo? Ich hab das nicht gelesen. Das stand doch... Autos in der Verwahrstellung, die länger als sechs Monate da drinne sind, werden verschrottet. Das heißt, Leute, die Besitzer von allen Autos sind, haben einfach Päsch. Autos wo? In der Verwahrstellung der Polizei? Ach so, war das von der Polizei? Weiß ich nicht, hab's nicht gelesen. Boah. Ich weiß auch nicht. Hallo. 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 Was macht ihr? Oh, habt ihr einen Hund nie dabei? Hallo? Der Godzilla ist dabei. Das ist mein Hund. Das ist dein Hund. Oh, cool. Wann hast du einen Hund gehört? Schon immer, aber das ist ein alter Stuhlmocker. Macht ihr schon Feuerhund? Ja, das könnte ich ja. Wir sind also Geburtstag eingeladen. Von wem? Wo ist mein... Wo ist mein... Von Nico. Gibt's da Torte? Komm nicht. Ich glaub nicht. Meine Arbeit. Ich glaub keinen Torte. Uns lädt keiner zum Geburtstag an. Keine Margon. Ja, können die nicht einfach mitkommen, wenn sie Lust haben? Du musst dich fragen. Aber wir wollen nicht einfach auf den Geburtstag von jemandem, den wir nicht kennen. Du bist jung. Obwohl, doch. Die sagen bestimmt nicht nein, wenn wir sagen, dass wir noch ein paar Freunde mitbringen, sagen die nicht mal. Kann ich mir nicht vorstellen. So, André, kann ich den Peanut und den Pinsel mitbringen? Die Pinsel klaut doch nix. Also nicht viel. Okay, dann bring ich die mit, ja? Was ist der Pinsel mit? Alles klar. Bis gleich. Tschüss, komm mal. Was macht er? Rammelt er das Radio? Die Dance zur Musik. Ich dachte, er rammelt das Radio. Sau. Ganz so aus, ja. Hey, den können wir doch schon tanzen. Wenn wir was vormachen sollen beim Boxfight. Ist halt irgendwas los, irgendwo, wo man... Nix? Bestimmt ein Crash-Turby. Morgen ist ein Kids Club, 90 Jahre Oldschool-Hipop-Party. Ja. Ja, und dann ist morgen der Boxkampf wieder. Stimmt, der Boxkampf morgen auch. Aber da gehen wir nicht hin. Aber der hat auch gesagt, Karns sind eh schon ausgekauft. Dann ist ja, aber der Kaufen ist keiner. Ja, ich geh da nicht mehr hin. Ich hab die Schnauze voll mit der Olga. Ja. Mit der Olga? Mhm. Die haut alles weggemacht. Na, Godzilla. Also ich sag mal so, die hat mich achtmal weghauen noch auf dem Weg zu Cody. Vielleicht kannst du irgendwann den kleinen Papa kennenlernen. Könnt ihr mal schon mal sagen. Das waren 100 Meter noch nicht mal. Wie liegt da eine Fledermaus auf dem Boden? Wir haben doch einen Mops von der Biggie und ich. Was liegt da? Nein, was ist denn? Was machst du da, Godzilla? Nein, Godzilla, hör auf. Du löst eine Pandemie aus. Hör auf, du Mild. Ach, da passiert schon nichts. Nee, ihr könnt ruhig mitkommen. Wo ist denn die Geburtstagsparty? Unten am Hafen bei der Metro in der Nähe. Wer feiert denn am Hafen seinen Geburtstag? Die machen da ein bisschen Autorennen und so. Wow, coole Party. Also, nicht nur das, allgemein chillen, trinken. Ja, wir können uns das ja mal angucken, Pünsel. Ich schone mein Logo. Ja, können wir machen. Wenn es euch nicht gefällt, ist es ja auch okay. Das macht er bei mir nur auf nach. Ah, ihr mocht das gerne, Hürgen. Aber ihr habt euch wieder vertragen, das wollten. Ja, wir sind hier freundlich. Das ist schön. Noch mal. Die kann ich wegschmeißen. Der Hund ist ungefallen. Oh mein Gott. Gott sei Dank, du musst das einfach wegatmen. Dann geht das weg. Eman tief ein und aus. Nee, wir fahren da mit unserer Lolo rum. Ja, dann müssen wir den ersten holen, den Lolo. Ich packe jetzt, wir pack sie ein. Mach das. Ja, ich gebe euch. Ja, ja. Der alltägliche Struggle. Und der Pinsel ist auch ein richtiger Schisser. Aber ich vertrag diese Horrorgames. Ich hasse das. Allein schon, außerhalb vom Gebäude bei Phasmus, okay. Aber sobald man da reingeht, diese Stimmung da drin. Ich hasse das wie die Pest, Alter. Geil, Big Geburtstag. Ja, wir gucken mal. Nö, Alpino, ich hab mich nicht so weh. Gucken mal da bei der Geburtesfeier. Und wenn da nichts geht, dann gehen wir Phasmus. Besser ist jetzt hier rumzurennen und zwanghaft irgendwie nach L.P. und alles zu suchen. Manchmal ist es einfach so. Manchmal geht einfach, geh nix. Und Craig ist dank schon für 300 Bits. Merci. Ja, ich wollte den Onkel mal dieses Piraten-Ding zocken, Alter. Ja, aber meine erste... Ist das Geburtstag um 12 oder hat er heute schon? Der hat heute schon. Was soll man den denn als Geburtstagsgeschenk kaufen? Willi hatte übrigens gestern Geburtstag. Ja, der Willi hatte gestern. Aber ich hab dem einfach Gucken geschenkt, weil ich nicht wusste was zu tun. Ach so, Peanut, wo du wegkommst, hab ich ja schiesch ordentlich gefüttert. Ach ja, warum liegt der auf dem Rücken oben in der Wasseroberfläche? Und kann die Schungel draußen? Das war ich nicht. Ich hab dir nur das gute Gessen gegeben. Und was? Na, Twinkie und Burger. Aber der mag doch Mücken. Ein Peanut gibt dir das auch immer. Oh, weißt du das? Hat der Willi gefeiert? Nee. Der war nur kurz an der Platte. Doch, hat der wohl. Echt? Am Parkhurst 18 hat er eine kleine Party gemacht. Sag ich bitte mitgekommen. Aber nicht so lange. Aber zu uns hat er gesagt, er feiert nicht mehr. Wir haben dann kurz den Mann hochgefahren, haben kurz mit ihm geredet. Und er macht nicht mehr. Ja, und ein bisschen gefeiert, das stimmt. Ja, aber jetzt nicht, also groß wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass er da eine Party ausschließt war. Wir können ja für Willi noch eine Riesenfete machen. Am Wald. Da wird er sich bestimmt freuen. Eine Überraschungsparty. Was hältst du dir davon? Ich finde die... Finde ich nicht schlecht, weil ich... Ach, Mann. Wie soll eine Überraschungsparty für Willi machen? Für Willi? Ja. Können wir machen. Wann? Morgen? Ich weiß nicht. Morgen ist ja der Boxfeind. Sonntag? Vielleicht am Sonntag. Ich habe eine Idee. Hast du gehört? Das Unicorn ist morgen da. Dann können wir mit Unicorn-Chef fragen, ob er uns einen Stripperin besorgt für Willis Geburtstag. Boah, das ist perfekt. Und dann lassen wir den auch tanzen mit der Gänse für den Willi. Also da sagt er bestimmt nicht mal was überrasch. Sonntag sind wir schon auf dem Junge sein Abschied. Ja, da sind wir schon bei Nura eingeladen, ja. Da darf der Bicky nämlich tanzen. Am Sonntag muss ich tanzen. Dann Montag. Dann Montag geht. Ja, Montag geht aber nichts vor. Am Sonntag muss ich tanzen. Ja, aber die Nura sind nämlich eingeladen, zu sich nach Hause. Okay. Dann machen wir das Montag. Wie viel Uhr? Boah, dann sagen wir dann morgen oder so Bescheid. Das muss dann geplant werden. Vielleicht hat Twinkie auch noch ein paar Ideen. Dann werden wir gucken. Ansonsten, wo ist jetzt diese Vete? Vete. Am... In der Metro. Da ist irgendein Verarbeiter da unten am Hafen. Mit Metallverarbeiter. Und da sind die da so. Ich weiß nicht, ich kann das jetzt auch nicht zu 100% beschreiben. Okay. Wir haben das vorhin auch erzählt. Warte mal, ich hole mal meine Klappkarte raus. Klappkarte? Und jetzt nochmal. Na, unten ist Metallverarbeiter bei der Metro. Am Hafen, ganz unten. Und da ist es mit kleiner Blocknetz. Da ist es. Metallverarbeiter. Mhm. Mhm. Das mit Musik und allem. Ich habe keine Ahnung, wo du meinst. Da ist doch so ein Händler unten am Metro. Ach, bei der Metro. Ja, ja, ja. Lass doch einen Mera-Park fahren. Mit, mit. Durch. Kommt. Ja, wir müssen noch ein Auto holen. Okay. Ich fahre mit dem Lohr wieder rum. Das steht ja hier am Mera-Park, das Auto. Das wäre das kleinste Problem. Okay. Aber das ist halt nicht so schnell, dein Auto, dann, ne? Ja. Ähm. Ja, was denn? Hm. Wir müssen noch ein Geburtstagsgeschenk holen. Ja, das stimmt. Oder wir verschenken Godzilla. Nein, noch nicht mein Baba. Ich kann doch wieder nach Hause laufen. Oh, die Tür ist beim Godzilla auf. Godzilla, ein Tschüss. Godzilla, mach die Tür zu, oder? Boah, der ist jetzt angeschnallt. Hör auf, der ist so wackelig. Mach die Schnitz zu. Hast du? Ja. Der hat sich so eine Tür festgehalten. Der war schon fast gelassen. Nein, da. Was gehen wir denen im Kaufen? Willi braucht nur Gurkse und Noten. Nein, ich mein, der ist Geburtstagskind von jetzt. Weiß ich nicht. Wer hat den überhaupt? Irgend so Nico. Den kenn ich nicht. Oder sind wir ohne Geburtstagsgeschenk da hin? Ohne. Wir sind nur zum Fressen da. Ich sag dir das so. Wir können ja mal gucken. Die ganzen Kriminellen wieder. Wir können mal am Unicum vorbeifahren. Vielleicht ist der Besitzer da. Dann können wir schon mal eine Stripperin besorgen. Für Monddorf. Ja, das ist eine super Idee. Hm, sieht zu aus. Ohne, guck mal, da kommen sie, die Strippers. Hey Strippers, komm mal rüber. Hey, hey. Ähm. Ist das so richtig? Ich glaub, ich glaub, dass nicht Rieger kommt. Kann man euch mal helfen? Wir suchen den Chef hier vom Showbiz. Wir suchen sexy Girls. Erkennen wir mich. Ausverkauft. Ich hab keine mehr zum Abgeben. Wir brauchen einen Stripper. Äh, heute nicht mehr. Nein, Montag. Nein. Für Opa Willis Geburtstagsprinzip. Willi hat Geburtstag. Und er liebt Haut. Ja. Männlich oder weiblich? Hm. Boah, das ist eine gute Frage. Ja gut, das sollte man wissen dafür. Ich glaub, eine Frau wär cool. Einer, zwei, drei. Einer. Mit viel auf den Rippen oder wenig? Das ist egal. Egal, Hauptsache eine Frau. Hauptsache mit super Busen. Oh, was ist das denn? Das ist ein. Das ist mein Hund. Okay, wir tauschen. Du kriegst alle Frauen und ich krieg den Koffi. Okay. Oh wow. Das ist mein Hund. Ihr seid alle verkauft, Mädels. Komm mal her. Das nennt man Menschenhandel, ne? Du hast nichts gehört. Oh nein. Oh Gott, ist die süß. Das ist meiner. Der heißt Godzilla. Kann man auch... Wer heißt denn der Chef vom Unicorn? Das bin ich. Sie sind Chefin? Sabina, ja. Kann man das auf Mieten hier für ein Geburtstag? Ja, kann man auch. Was kostet das? Kommt drauf an. Mit Damen, mit... Mit einer Dame nur. Mit einer Dame, mit DJ? Ja. Mit DJ. Mit Barkeeper? Und die gehört übrigens mir, ich habe ihn angelegt. Ohne. Also eine Frau, ein DJ. Für wie lange? Für eine Stunde oder so? Ich habe ihn angelegt. Eine Stunde oder so? Eine Stunde. Eine Stunde. Ich? Für wie viele Leute? Das finden wir erst noch raus. Ich würde mal so sagen, für sieben, acht, neun Leute. Denkst du? Da kommen noch mehr. Alle kennen Willi. Aber keiner mag Willi. Das ist ja eine Lüge. Das wäre aber für Montag, ne? Oder können wir nicht einfach... Nee, ich habe eine bessere Idee. Kostet ihr das pro Person? Nein, wir machen einfach keine Fete, sondern wir gehen danach was trinken. Aber der Willi kriegt einen Private Dance. Von zwei Frauen aber. Okay, ihr wollt gerne einen Private Dance hier vor Ort machen mit zwei Damen? Ja. Ja. Wann am Montag? Ja. Mit Musik oder ohne dann? Mit Musik. Okay. Aber mit... Der Willi kommt, der kommt aus der Köln, Köln-Förner. Wir brauchen Schlagermusik. Und Outfit in weiß-rot. Und die müssen rot-weiß tragen. Ja. Rot-weiß und da muss Schlagermusik laufen. Schlagermusik. Ja. Oder Mallorca-Scheuk. Ja, sowas. Mallorca-Partymusik. Oh, jetzt kam ich kaputt. Ballermann-Musik. Okay. Für Montag war das, ne? Ja, Montag. Ich würde so sagen, 22 Uhr. Und wir abziehen? Ja, wir abziehen. 22 Uhr. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Ciao, tschau. Bye. Okay, ähm... Auf welchen Namen soll das laufen von euch? No, es geht hier. Pima Small. Die haben bestimmt was unterm Raus. Was ist denn vor ein Schlag? Ja, du wirst es dann von mir bekommen. Ja, bitteschön. Im Moment kriegst du sofort wieder. Bitteschön. Danke. Ähm, ich würde das alles fertig machen und, ähm, kannst du mir deine Telefonnummer geben? Dann würde ich dich morgen zurückrufen. Ja, aber ich bin verheiratet, ne? Gar kein Problem. Ich bin verlobt. Dreimal die 5. Ja. 3, 3. 3, 3. 7, 7. Ich bin 7. 1, 0, 5. 1, 0, 5. Ja. Okay, habe ich mir notiert und dann würde ich dich morgen nochmal zurückrufen und dann kriegst du den Kosten vor. Okay, das ist nett, dankeschön. Nicht dafür. Dann bis morgen. Ja, bis morgen. Euch noch einen schönen Abend. Danke. Ja, ciao. Bye. Weh, du machst die Tür richtig so. Ja, Biggie. Ja, habt ihr es schon gefunden? Ne, wir kommen jetzt. Okay, ähm, wenn ihr das nicht findet, ruft durch. Okay. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Also die Frauen tragen Rot-Weiß. Rot-Weiß? Ja, aber das können wir morgen sagen, dass die so wie eine Ziege und so machen müssen. Mäh, die ganze Zeit, während die Tannen... Ja. Ne, die müssen, die müssen die Nationalhymne von Gölle singen. Haben die eine Nationalhymne? Ach, der singt jemand nicht vor. Nein, die geben denen die Liste von den Spielern von dem Fußballverein. Und während die Tanzen müssen die die Namen von dem Fußballspieler sagen. Oh ja, Willi, Podoschki. Da kriegt der Wille Gänsehaut. Der läuft in den Rücken runter. Und dann gehen wir irgendwo was trinken. In so einem ganz gehobenen Etablissement. Was richtig schick ist, so Cody oder so. Nein, oben gibt es eine Bar, Hennhaus, heißt die. Oh, Hennhaus. Oder was auch geht, ist Barbecue-Lounge. Oder da. Mal gucken, wo er lieber hin will. Meinst du, die spielen eine Musik ab? Wo? Bei der Geburtsesfeuer. Oh, mein... Die hat gefragt, mit Musik oder ohne, du hast gesagt, mit. Nein, ich meine jetzt hier. Ach so, na klar. Meinst du? Ziemlich sicher. Wir sollten mal den Hund vorschicken, ich hab den für sowas dressiert. Ich hab ne... Ich hab ne Allergie. Okay. Achtung, da Dings. Okay, wir lassen den Hund vor. Wir sind auf jeden Fall am Dancen. Das ist der Cobert. Und Gottliegel, danke schon für die 15 Monate. Okay. Godzilla, wie wir geübt haben, wenn die Musik läuft, komm her, ein Bell. Wenn die Musik nicht läuft, dann Bell halt nennt. Los, schnell. Ja, vorne. Was seid ihr? Biki, mach mir Musik. Die macht Musik, ja. Hätten wir den Hund nicht vorschicken müssen? Ich fühl mich wie ein Jäger aus W.O.W. Mit einem Pet. Gibt auch gar nicht viel leckeres, was du trinkst. Ich hab mich voll bedient. Ich hab mir mal eine Fasche voll geholt. Also, ja. Ja. Aber niemand. Ich hab mir nicht geschlagen. Aber du hast nicht geschlagen. Vielen Dank. 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 Ja? Nein. Ja? ist leer. Ja? Nein? Ja? 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 Die Tür. Die Tür? Ja? 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 Okay. 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 Ja? Ja? Nein? Weiß ich nicht. Ich habe gegessen. Ja? 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 Und was? Was? Ja? Wow? Wow? Ja? 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 Und? Leer? Ja? 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 Ja?